So. Einen wunderschönen guten Tag zur nächsten Episode des Shisha-Casts, Episode 28. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe den lieben Marvin mit dabei. Hallo, ich bin der Marvin und ich bin auch dabei. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen in der Shisha-Cast-Folge Nummero 28. Alex, dein Schlauch ist leicht abgeknickt. Ja, ich sehe es. Stört das beim Blower oder? Es geht eigentlich. Beim Blower wahrscheinlich. Beim Rauchen. Ja, beim Rauchen. Na gut, allgemein bekannte Startschwierigkeiten kommen natürlich vor. Perfekt, jetzt kommt der Anruf, den wir eigentlich vor zehn Minuten gebraucht hätten. Jetzt ist es aber zu spät. Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Soll er schreiben. Ja, jetzt muss er schreiben. Ja. Kannst du ihm ja schreiben, dass er die schreiben soll? Habe ich schon geschrieben, er hat trotzdem angerufen. Das ist natürlich dann auch sehr belastend. Ja, das ist belastend. Ja. Alex. Marvin. Wir waren unterwegs. Wir waren lange unterwegs. Wir waren lange unterwegs. Wir waren, wenn man so will, acht Tage lang unterwegs. Also eigentlich war es Sonntag bis Sonntag. Ja. Ja, aber das wird auf jeden Fall heute unser Special sein in der 28. Folge vom Shisha-Cast, weil Alex und ich waren zusammen mit Team Hukain eine Woche in Spanien unterwegs, um genauer zu sein in der Gegend um Jerez. Yes. Genauer zu sein in Chiclana waren wir, ne? Chiclana war die Stadt, wo wir waren. Genau. Und das wird heute unser Special. Da werden wir heute lange drüber reden. Es gibt auch noch ein anderes kleines Special, das wir anbringen wollen, wenn ihr euch die Köpfe auf unseren Pfeifen anguckt, für die, die das Ganze in Videoform gucken. Die wissen schon Bescheid. Die anderen müssen sich noch ein kleines bisschen gedulden und dann werden wir euch später einweihen. Kann man das so sagen? Ja, ne? Einweihen. Ja. Einweihen. Nee, stimmt. Ja, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. So die typisch deutsche Antwort. Naja. Ja, literally Anna jedes Mal, wenn du sie fragst. Und? Wie geht's dir? Ja, kann mich nicht beklagen. Aber ist auch wirklich so ein deutsches Ding, ne? Ja, ist wirklich so. Kann mich nicht beklagen, ist äquivalent für, ja, alles im Lot. Ja. Nee, also alles top soweit. Training läuft. Ich bin happy. Arbeit läuft. Ja. Passt soweit alles. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut soweit. Ja, soweit. Ich hatte jetzt, wann war anders? Vorgestern oder so, hatte ich so ein paar Motivationsschwierigkeiten. Da bin ich irgendwie nicht so richtig in den Tag reingekommen. Aber hat sich dann doch wieder alles gefangen. Und ich hab mir dann ein paar Projekte zu Hause gesucht und umgesetzt. Über die ersten werde ich auch heute schon berichten. Und dann ging das so, ne? Vielleicht hab ich einfach mal ein, zwei Tage gebraucht, wo ich nicht nur an Shisha-Kram, Social Media und Co. denke. Das soll ja ab und zu doch auch mal ganz gut schonen. Ja. Hat's auch, denke ich. Hat's auch. Ja, äh, Alex. Marvin. Hast du ein Pfeifchen zufällig an? Nee, beim Shisha-Kars. Ganz zufällig hab ich beim Shisha-Kars auch eine Pfeife am Laufen, ja. Ich rauche nämlich die Mose Rarity Squad Variante inklusive Steckball Adapter auf der Milling Cut, ist das, ne? Milling Cut, ja. Milling in Black. Und als Kopf hab ich obendrauf den Popo von Hokka-In. Äh, Popo gesagt. Zusammen mit dem AO-HMD und drinnen hab ich von Fog-Your-Life Traum-Münze zusammen mit Queez-Move und Pinkman. Das klingt doch äußerst vorzüglich. Und die Verity in der kleinen Variante und mit den pinken Schlauch-Anschluss-Sleeves. Das ist schon wild, oder? Dass es jetzt einfach Sleeves für Schlauch-Anschlüsse gibt. Aber ich find das so cool, ne? Ich find's auch geil. Stell dir die Pfeife jetzt mal ohne vor. Da würde wirklich was fehlen. Irgendwie schon, also es wär schon clean so. Ja. Aber ich find das mit den Akzenten echt schön. Also was ich sagen muss, mich persönlich nervt das mittlerweile ein bisschen zu Hause, dass ich die ganzen Kleinteile überall rumfliegen hab. Also teilweise suche ich gefühlt eine halbe Stunde lang nach verschiedenen Sleeves für Pfeifen. Aber trotzdem die Möglichkeit zu haben, find ich geil. Ja, safe. Aber ich fühl das absolut. Ich hab jetzt meine ganzen Einzelteile für die Sleeves, äh, für die Verity, hab ich jetzt in die Box von der Verity und die leben jetzt da drinnen. Hab ich auch so gemacht. Ja. Weil wenn ich jetzt, ich hab ja eigentlich meine Sleeves und so alle schön säuberlich im Regal eingeräumt. Die stehen da so in Reihe und Glied. Aber das Ding ist, wenn ich das jetzt wirklich mit jeder Pfeife mache und immer mehr Pfeifen rauskommen, die 15 Billionen Möglichkeiten haben, Sleeves zu kombinieren, dann ist irgendwann das Regal nur noch mit Sleeves voll. Da hab ich eigentlich keinen Bock drauf. Also ich glaub, die müssen jetzt einfach in dieser Box leben und darauf warten, dass die benutzt werden. Ja, ich hab auch eigentlich eine extra Kiste für alle Sleeves und Zubehörteile. Aber bei der Verity hab ich jetzt auch einfach die Box genommen, hab da die ganzen Sachen dringelassen und die bleiben da jetzt auch drin. Ich glaube, genau so wird das auch bei mir bleiben. Aber Alex, bevor wir zu unserem großen Special-Thema kommen, Spanien. Wir waren ja, also von der letzten Shisha-Cast-Aufnahme bis zu unserer Spanien-Reise waren ja noch ein paar Tage dazwischen. Ein paar Tage, die uns nicht mehr Vorfreude auf Spanien hätten machen können, als sie es taten. Ja, das stimmt. Und zwar gab es gefühlt einen zweiten Winter-Einprozess, nur dass es mehr Winter als im Winter eigentlich war. Also es kam zu Schneefällen bis hin zu Minusgraden und es war echt ekelhaft teilweise. Es war widerlich. Also ich bin hier nachts aus dem Büro raus und ich dürfte erst mal hier so gute, weiß ich nicht, fünf bis zehn Zentimeter Schnee von meinem Auto wegschippen und dann auch noch kratzen. Also es war, ich kam mir wirklich verarscht vor. Ja. Fühle ich komplett. Kann man nicht anders sagen. Also es war, ich hab mich auch richtig dumm gefühlt, dass ich da im März rumstehe und dann auf einmal kratzen muss. War das März oder war das nicht sogar so 1. April, 2. April? Das kann auch sein. Da hat doch jeder geschrieben, Wetter macht auch April-Schatz. Stimmt, 1. April war Schnee, ja. Doch, stimmt. Aber absolut lächerlich. Absolut lächerlich. Zum Glück hat sich das mittlerweile gelegt und zum Glück hatten wir auch in Spanien besseres Wetter. Zwar nicht die ersten Tage, aber da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Vielleicht nochmal ganz kurz die Hintergrund-Story angeschnitten, aber wir hatten es auch im letzten Shisha-Cast schon erzählt. Der Alex ist zum Streamen vorbeigekommen und im Stream ruft mich der Johannes von Hukain an. Und dann hat er gefragt, ey, Bock auf Spanien? Ich so, ja, let's fucking go. Kann der Alex mit? Und der Alex so neben mir, bitte, 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 bitte. Und der Johannes so, ja klar. Und dann haben wir das abgemacht. Und dann wurden wir am dritten morgens abgeholt vom Blaze-Bus. Yes, bei dir zu Hause. Also ich bin noch zu dir gefahren worden und dann ging es aber erstmal nach Köln. Das heißt, wir sind nicht aus Frankfurt geflogen. Also es wäre ja, von uns aus wäre das ein Weg zum Frankfurter Flughafen von einer Viertelstunde. 20 Minuten vielleicht. Aber die Flüge wurden von Köln aus gebucht, dass wir alle zusammenfliegen und das heißt, der liebe Schischmott hat uns abgeholt. Ja, Ehre. Dicker Kuss an der Stelle nochmal. Ich weiß gar nicht, ob der Herr Schischmott auch zu einem unserer etablierten Shisha-Cast-Hörer gehört. Das weiß ich auch nicht. Aber trotzdem gehen Grüße an der Stelle raus. Vielen Dank nochmal. Sehr netter Kerl. War auch so das erste Mal. Ich habe ihn einmal wohl auf dem Winterflohmarkt bei Hukain kurz kennengelernt. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Da kann ich mich auch nicht mehr so richtig jetzt daran erinnern, was wir da gequatscht haben. Zudem er ja auch jemand ist, der auch sein Gesicht nicht zeigt auf Social Media. Ja, das kommt natürlich noch dazu. Immer diese Leute, die ihr Gesicht nicht zeigen, Alex. Kannst du nicht nachvollziehen, oder? Nee, verstehe ich gar nicht. Nee, also für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Hintergrundstory ist, der Alex hat sein Gesicht revealed bei 40k auf Insta. Ja, ungefähr. Ja, Pi mal Daumen. Genau, auf jeden Fall hat uns der liebe Schischmott abgeholt. Dann haben wir morgens noch einen schönen Kaffee schnell bei mir getrunken. Und dann sind wir mit dem Blazebus gehüpft und sind rüber nach Köln gefahren. Und nachdem wir dann zwei Stunden mit dem Blazebus nach Köln rüber gefahren sind, haben natürlich unsere Mägen geknurrt. Ja, und natürlich hatten wir beide auch direkt den Einfall des Jahrhunderts, und zwar Köln-Käberplatz. An was denkt man als erstes, wenn man an Köln denkt? Die Hafengebäude? Nein. Den Kölner Dom? Auf keinen Fall. Bootshaus? Maybe. Wie, aber vor allem fucking Kebabland, Digga. Fucking Legend. Ja, no joke. Das ist wirklich eine der Sachen, die mir, also wenn ich an Köln denke, denke ich so, holy shit, hoffentlich essen wir den schönen Adana bei Kebabland. Und oh boy, did we do that. Es war so gut mal wieder. Ja. Ich war richtig hyped auf das Brot da. Also Adana war so, war auch geil, aber war für mich fast Nebensache. Ich habe mich so gefreut auf dieses Brot. Ja. Das war unglaublich lecker mal wieder. Also es war richtig schön. Vor allem das Lustige war ja, du bist ja momentan auch extrem im Fitnesswahn. Und es war dann so ein bisschen so, eigentlich gesunde Ernährung und erst mal Kebabland rein. Ja, da war einfach schon, bevor wir überhaupt wirklich auf der Reise sind, war die gute Ernährung schon über Bord geworfen und schon wieder vergessen und dann ging es schon los. Also wir sind dann zum Kebabland, haben dann auch schnell gegessen. Der Schischmott hat uns da abgesetzt. Der René kam dann da dazu. Der hat uns dann weiter mitgenommen. Und ja, dann haben wir uns da schön drei Adana-Spieße reingeballert. Mit Reis statt Pommes wenigstens. Ja. Wenigstens ein bisschen. Wenigstens etwas. Und Salat war ja auch dabei. Den ich liegen lassen habe. Ja, Alex, du weißt, von Salat schrumpft der Bizeps. Da muss man vorsichtig sein. Da muss man Prioritäten setzen. Richtig. Und da ist auch nicht viel Protein drin. Also du musst da schon gucken, wo du bleibst. Aber auf jeden Fall haben wir uns das Essen schmecken lassen. Danach ging es weiter ins Hukain Headquarter. War auch das erste Mal, dass ich die neuen Büros von Hukain live gesehen habe. Ich war ja bis jetzt nur in den alten Bürogebäuden. Aber die sind ja schon vor einem Jahr oder sowas umgezogen, glaube ich. Ich war in den alten gar nicht drin gewesen. Ja. Bei dem alten Ding war ich auf jeden Fall ein paar Mal. Aber das neue ist auf jeden Fall deutlich cooler. Und vor allem wichtig, viel, viel mehr Lagerfläche. Das war wirklich scheiße in dem alten Gebäude, weil da musstest du die Paletten immer mit Lasten aufzugrunter fahren. Und das war wirklich das absolut beschissen. Ja, okay, das ist halt. Ja. Ja, musst du Umwege machen wie sonst was. Das ist super nervig. Und das ist bei dem neuen echt cooler. Die Büros sind auch cool. Aber wo wir uns natürlich größtenteils aufgehalten haben, war die Kopfbauküche. Ja. Beziehungsweise wir sind erst mal angekommen. Und ich weiß gar nicht, wir hatten gar nicht mehr so viel Zeit für einen Flieger. Aber Johannes und Emre waren noch nicht da. Ja, die Jungs sind da aber auch einfach tiefenentspannt. Ja, das stimmt. Und für uns hieß es dann erst mal, ja, machen wir uns halt noch ein Köpfchen an, oder? Also ich meine, wir sind ein bisschen unterwegs. Da vorne mal schön eine Pfeife raucht. Wenn die noch nicht da sind, müssen wir uns ja auch irgendwie einfach die Zeit vertreiben. Ja, das stimmt. Ja. Wichtig. Ja, das heißt, wir sind dann erst mal in die Küche reingelaufen, haben uns hier dann eine Pfeife fertig gemacht. Da muss man noch kurz dazwischen sagen, da kam nämlich schon der René auf uns zugerannt mit einem Karton in seiner Hand. Genau, und da haben wir das erste Mal die Popos und Pots in die Hand gedrückt bekommen. Das sind die neuen Köpfe aus dem... Ich nenne ihn jetzt nur noch P.O.P.O. Damit diese ganzen Popo-Witze endlich ein Ende haben. Also für euch nochmal zur Erklärung. Popo könnte man meinen, wäre ein typischer Name von Hokkaiden, aber er hat sogar einen Hintergrund und zwar Power of Funnel Original. Ich sag, der kam danach, Digga. Wahrscheinlich schon. Die wollten den Funnel einfach Popo nennen, weil es witzig ist und haben dann geguckt, was die da irgendwie noch draus machen. Weil das Original in Popo macht einfach keinen Sinn. Ja. Das macht einfach keinen Sinn. Also hättest du die Pop und Pot genannt, hätte ich es verstehen können. Das stimmt. Aber Popo, das war einfach nur so, irgendwie muss da noch ein O dran, ja, dann lass noch Original und dann haben wir Popo. Ich kann mir vorstellen, dass zuerst der Pot entstanden ist und die dann noch einen Gleichnamen, also einen relativ passenden Namen für den Funnel dann haben wollten. Und ich kann mir vorstellen, dass dann die Jungs von Hokkaiden, wie sie halt sind, dann dachten ja, Popo könnte doch nice klingen. Deswegen, also ich bin da so ungefähr bei dir. Aber ich glaube, der Pot ist zuerst entstanden, weil der Pot macht in meinen Augen auf jeden Fall mehr Sinn. Ja. Von meinem Namen zu mir. Definitiv mehr Sinn. Weil Pot ist Power of Traditional. Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Power of Funnel macht auch Sinn. Ob das Original hinten dran sein, muss sein, war dahingestellt. Aber ich kann auf jeden Fall jetzt schon aus den Streams sagen, wo ich jetzt schon ein paar Mal den Popo geraucht habe, der Name, ja, der ist prägnant. Ja, das auf jeden Fall. Man merkt es sich auf jeden Fall. Ja, und die Leute merken sich das definitiv auch. Das hat man in den Streams schon gemerkt. Marvin packt sich wieder was in Popo. Ja, die Witze haben ja auch schon in Köln angefangen. Ja. Das war ja. Gut, auf jeden Fall haben wir da zum ersten Mal die Köpfe gesehen. Wollen wir direkt über die Köpfe reden? Können wir eigentlich machen, oder? Können wir eigentlich machen, wenn wir jetzt gerade schon eingestiegen sind. Genau. Also das Besondere am Popo und am Pot sind, dass sie US-Stoneware, Stone Clay, Stoneware Clay sind. Das ist halt eine besonders dichte, besonders schwere Art von Ton, die nebenbei auch noch sehr, sehr schön aussieht. Ihr seht es ja gerade im Video. Es ist ein relativ weißer Ton, der extrem fein ist. Also absolut nicht grobporig. Darüber eben noch eine schöne Glasur. Depot ist sehr angenehm. Beim Popo würde ich schätzen, gehen so ungefähr 18 Gramm rein. Beim Pot würde ich sagen, nochmal zwei, drei Gramm mehr. Ja, auf jeden Fall. Ja, also so roundabout 20 für ein schönes Balken-Noppen-Kontakt, wie auch immer. Hitzeeigenschaften sind extrem geil. Also der Kopf braucht eine Sekunde, bis er die Hitze hat, hält sie aber extrem geil und gibt die extrem gleichmäßig an den Tabak wieder. Da merkt man die Qualität vom Ton einfach. Dass er auch so durch die Massivität kann die Hitze auch echt gut speichern, habe ich das Gefühl. Also beim Popo ist das schon geil. Aber ich finde gerade beim Pot merkst du das extrem, weil Meerlauchköpfe natürlich immer ein bisschen anderes Rauchverhalten haben. Und wenn Meerlauchköpfe Hitze gut speichern können, merkst du das, finde ich, direkt. Also es gibt zum Beispiel, habe ich früher ja relativ oft den UPG-Standard geraucht, der relativ dünnwandig ist. Und ich habe das Gefühl, der braucht relativ viel direkte Hitze. Und im Vergleich dazu, der Wusker-Rimmser jetzt zum Beispiel, der speichert die Hitze extrem gut. Und deswegen rauche ich eigentlich nur noch den Wusker-Rimmser. Und jetzt seit neuestem halt mittlerweile extrem auf den Pot, weil der wirklich die Hitze super gut speichern kann. Depot gefällt mir sehr gut, weil es mal ein bisschen mehr ist als der Wusker-Rimmser, wo glaube ich 15 Gramm, lass mich nicht lügen. Ja, so ungefähr. Ja. Ist noch mal ein bisschen mehr Tabak, hast ein bisschen länger Spaß dran. Und ja, super coole Köpfe auf jeden Fall. Ja, ich finde das mit der Hitze merkst du vor allem, wenn du den Kopf, wo er noch relativ warm ist, wenn du den abwäschst mit kühlem Wasser und du nimmst ihn danach wieder in die Hand, hat der immer noch die Hitze. Also da merkst du einfach, wie krass dieser Kopf die Hitze speichern kann. Und das merkst du halt letztendlich auch bei der Performance wieder. Für mich persönlich, also bis jetzt hätte ich gesagt, meine Top 3 Köpfe sind Wandenberg, Haifen und der Stonehooker. Und für mich ist jetzt der Stonehooker aus der Top 3 und dafür der Popo-Trainer. Mit einem kleinen Sternchen. Eigentlich würde ich sagen, ist der Stonehooker noch etwas besser von der Performance. Aber was beim Stonehooker halt massiv abfuckt, ist der Preis und wie unbeständig dieser Kopf ist. Also wenn ich mir einen Fastball kaufe und du dir einen Fastball kaufst, kann das sein, dass wir basically komplett unterschiedliche Köpfe kriegen. Und das ist beim Popo halt absolut nicht der Fall. Gerade bei Stones sage ich ja auch immer, kauft den auf jeden Fall irgendwie direkt im Shop, dass ihr euch den angucken könnt. Weil ich auch schon so viele Storys von Followern mitbekomme, die sich dann einen Stone nachbestellt haben, gleich einen Colorway, den ich zu Hause habe und haben dann einen Tabakkrab des Grauens zu Hause umgestehen. Ja, ich habe ja auch, mein erster ist ja kaputt gegangen auf dem Blogger-Meet und dann habe ich mir auch einen nachgekauft und den rauche ich nicht mal ansatzweise so oft wie meinen alten. Weil der alte war vom Tabakdepot her wirklich perfekt, genau so, wie ich das haben wollte. Und die neuen sind für den Arsch. Ja. Und deswegen habe ich den bei mir jetzt halt, also ich rauche ihn weniger, deswegen ist er aus meiner Top 3 raus und ich habe jetzt auch kein Interesse, mir andauernden Stone nachzukaufen, bis ich endlich wieder einen guten finde. Safe. Nee, und ich würde mich da auch dir anschließen, weil bei mir war ja anstatt der Stone, war da Touren noch mit drin. Und ich würde sagen, der Popo macht so viel genauso richtig wie ein Touren-Bowl, dass der auch mittlerweile in meiner Top 3 ist, auf jeden Fall. Und man muss auch noch dazu sagen, dass der Popo und der Pott auf meiner Top 3-Liste, und ich schätze dann, was ist denn deine Top 3-Liste komplett? Deine alte? Also, Touren wäre Platz 3. Genau. Eins Haifen? Ja, und zwei Wandenberg. Auch Wandenberg und Haifen. Ja, genau. Auch wild, okay. Also was Funnels angeht, auf jeden Fall. Und von all diesen Köpfen ist der Popo der günstigste. Der Wandenberg kostet 35, der Haifen kostet 39, der Touren kostet 45. Ja. Und bei mir der Stone wäre sogar 90 Euro. Und da kannst du dir halt drei Popos für kaufen. Ja. Oder Pots. Und das ist halt schon wirklich eine Ansage. Und wir haben sogar mit Johannes noch was ausgemacht in Spanien. Eine kleine Überraschung für euch. Genau, also erstmal Werbung an der Stelle. Ja, stimmt. Weil die Folge des Podcasts wird nämlich gesponsert von Hukain. Und zwar ist Zeitpunkt heute Morgen ist der Release von Popo und Pott am Samstag, dem 23.04. Genau, wenn ihr das hört, ist das schon ein paar Tage her. Aber wir haben euch auch nochmal in unseren Instagram-Stories, oder wir werden euch in unseren Instagram-Stories Bescheid gesagt, haben. Haben. Grammatik. Ja. Was war das? Plusquamperfectum 18 oder so, ne? Ich glaube, es war wirklich plusquamperfectum. Ja, ich glaube auch. Aber welche Form? Die dritte Entwicklung vom Super Saiyajin. Genau. Ja. Am 23. kommt der raus, was für euch mittlerweile in der Vergangenheit sein wird. Für uns ist es morgen. Und wir haben eine kleine Aktion. Also Placement heute für Popo und Pott. Ändert trotzdem nichts daran, dass wir hier ganz normal unsere ehrliche Meinung sagen, wie immer. Aber wir haben da eben ein kleines Special für euch. Einen kleinen Code. Ja, genau. Und zwar gibt es mal wieder den Code ShishaCast. Und ich finde die Aktion sehr, sehr geil, weil sobald ihr euch einen Popo oder Pott kauft, könnt ihr den Code ShishaCast aktivieren und euch noch einen Kopf dazu in den Warenkorb legen. Einfach, also es wird eine kleine Auswahl geben. Ja, also wir wissen noch nicht genau, was es für ein Kopf wird, ob das jetzt ein Lit-Lip wird, ob das ein Magic Shroom wird. Also Lit-Lips werden auf jeden Fall dabei sein. Ja. Also, wenn ihr es ausprobieren wollt, geht einfach mal auf die Hukain-Seite, schmeißt euch so ein Popo oder ein Pott in den Warenkorb und gebt einfach mal den Code ShishaCast ein und dann werdet ihr es schon sehen. Aber da wird es noch ein schönes Köpfchen on top geben. Und wenn man sich jetzt überlegt, hätten wir einen 10%-Code gemacht oder so, dann wären wir halt nicht bei 30 Euro, sondern bei 27. So sind wir bei 30, aber ihr kriegt zwei Köpfe. Also wirklich ein geisteskranker Code. Ein heftiges Angebot. Und das direkt zum Release von Popo und Pott. Und gerade Lit-Lips sind eigentlich so No-Prayer in meinen Augen. Ja, safe. Also wenn du dir einen Lit-Lip dazu packen kannst, go for it, ganz ehrlich. Safe. Also ein Lit-Lip kann in jeden Shisha-Haushalt rein. Ja. Ja. Vielleicht sind ja auch andere Köpfe dabei, wie gesagt, wissen wir momentan noch nicht. Aber Aktion finde ich sehr, sehr geil. Das war eventuell der Anruf, der am Anfang vom Shisha-Cast noch beim Alex reinkam. Aber so alles ein bisschen kurz oder knapp. Aber naja. Man kennt die Hukain-Jungs ja. Ja, wird schon schief gehen. Am Ende klappt irgendwie doch immer alles. Das war ja auch bei mir so. Also noch ein kurzer Recap. Und zwar, nachdem der Livestream bei dir war, wo das so ein bisschen so eigentlich festgemacht wurde, wurde eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Und ich bin halt so ein typisch Deutscher, was diese Organisation angeht. Das heißt, ich will wissen, wann wir fliegen, wo wir fliegen, wie das mit dem Gepäck aussieht. In welcher Sekunde wir losfahren, was die Reisezeit ist, ob wir Stops machen, ob wir was essen, ob man sich was mitnehmen muss. Ja, genau. Wann darf ich auf Toilette gehen? Muss ich mich melden, wenn ich was sagen? Ach nee, warte. Das war was anderes. Einer zu viel. Nee, aber ich fühle das, Alex. Ich kenne das. Und ich bin eigentlich auch gerne so, dass ich, also wenn ich dann angekommen bin, brauche ich keinen super krassen Plan. Dann ist so ein bisschen Freestyle angesagt. Aber was die Reisedetails angeht, habe ich auch super gerne einen genauen Plan. Ich bin auch so dieser Typ, der sich dann 15 Mal am Flughafen seine Reiseunterlagen anguckt, die am Abend vorher noch dreimal aus dem Rucksack rausguckt, noch 15 Mal nachdenkt, hat er auch wirklich alles und so weiter. Habe ich meinen Reisepass dabei, habe ich meinen Ausweis, alles doppelcheckt und alles. Und es hieß halt, ja, wir fliegen am 3. Am 3. April fliegen wir von Köln aus mit Ryanair Handgepäck. So, das waren die Infos und ich habe mich erst mal zu Hause hingesetzt, habe gegoogelt, ja, wie sieht denn das bei Ryanair mit Handgepäck aus? Haben die da bestimmte Abmaßen und so weiter? Haben sie natürlich. Und da habe ich halt die Gruppe voll gespammt. Und dann war so, wie ist denn eigentlich der grobe Plan? Johannes einfach ganz stumpf, ja, wir fliegen nach Spanien. Ich glaube, Johannes war schon so, oh no, wieder so ein deutscher Allmann, der hier jedes Detail wissen will. So funktioniert das bei uns nicht. Und genau das habe ich dann auch dem Alex gesagt. Ich so, Alex, wir setzen uns in diesen Bus und wir lassen alles, was kommt, einfach auf uns zukommen. Sit down, enjoy the ride, lean back. Ja, ich habe mich dann auch irgendwann einfach drauf eingelassen. Ja, irgendwann war der Alex so, ja, okay, scheiß drauf, dann halt keine Planung, Digga, willkommen, Chaos, let's fucking go. Ja. Ja, hat alles funktioniert. Ja, wir haben jetzt sogar noch einen Placebus vor geredet, so was zum Schluss, was passieren kann, dass wir eine Nacht in Köln bleiben. Ja, dass wir uns ein schönes Wochenende in Köln waren. Und da habe ich gedacht, ja, okay, ganz ehrlich, Worst Case ist auch nicht so schlimm, von daher, go for it. Eben. Aber es ist ja alles gut gegangen und um damit auch wieder auf unsere Reise zurückzukommen, wir sind dann, nachdem wir das Köpfchen geraucht haben, der Johannes und der Emre angekommen sind, sind wir dann doch auch mal, ich glaube, 50 Minuten vor Abflug zum Flughafen gefahren. Wir sind mal in den Placebus eingestiegen, ja. Ja, und ich hätte auch dem Alex erzählt, Digga, Köln immer super entspannt, Digga, da sind kaum Leute, glaub mir, 10 Minuten sind wir locker durch, wenn die Welt nicht untergeht, gar kein Problem, das wird alles super easy. Ja. Genau. Ja. Sind wir angekommen und das war schon gut Hektik dann in dem Moment, als wir angekommen sind, weil dann erstmal schnell Koffer raus irgendwie, die Fahrer haben auch noch gewechselt, der Philipp von Schicherhassel hat uns nämlich zum Flughafen dann gefahren und ja, Gepäck kurz raus und dann sind wir erstmal Richtung Sicherheitskontrolle gesprintet und Ja, also gesprintet ist jetzt fast ein bisschen überdramatisch und wir sind schon zügig gegangen. Zügig gegangen? Zügig gegangen. Ja, und dann haben wir die Schlange beim Sicherheitscheck gesehen, dachten uns schon so, oh. Also, man muss die Schlange vielleicht erklären, normal gab es sozusagen zwei Sicherheitskontrollen am Köln-Bonn-Airport, allerdings ist die zweite aktuell zu. Das heißt, dass sich das, was sich nochmal auf zwei Stationen verteilen konnte, alles an einer Station stand und diese Tür geht vor uns auf und wir sehen die Sicherheitskontrolle und literally jeder so, fuck. Ja, genau und dann war einfach nur die Hoffnung, dass keiner von uns rausgezogen wird, weil natürlich, wir mussten alles auspacken, weil alle MacBook dabei, Kamera, Akkus, alles mögliche, Lichter. Lichter, Mikrofone, also, wenn man halt mit so YouTube, Instagram, Spastis wie uns fliegt, dann ist natürlich der Rucksack voll mit Technik, weil wir wollen ja euch bestmöglich mitnehmen auf so Reisen. Übrigens an der Stelle, ich habe auch einen 1 Stunden, 20 Minuten Vlog zu der ganzen Reise gedreht, das heißt, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr euch nach dem Cast direkt das nächste Köpfchen anmachen und euch nochmal ein paar Bilder zu der Reise reinziehen. Ist auch übrigens sehr, sehr geil geworden, finde ich. Habe ich auch mal reingeschaut, super cool geworden. Du meinst, du hast den komplett durchgeguckt bei dem Köpfchen? Ja, genau. Ist klar. Danke. Bitteschön. Aber ich war ja dabei. Ja, du warst dabei, du hast das wohl schon miterlebt. Aber das können wir uns in einem Jahr als schöne Urlaubserinnerung nochmal angucken. Das stimmt, ja. Und das mache ich auch sehr gerne. Ich habe ja von dem Campen in Holland was gemacht, von meinen Dubai-Reisen, Malediven, Türkei und, 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 von den Messen. Da kommen wir aber, Messe ist, können wir schon mal spoilern, das wird unser Special-Thema in der nächsten Folge, weil, wenn ihr das hört, ist die Messe nur noch eine fucking Woche weg. Ja. Das heißt, an der Stelle kann man auch nochmal kurz sagen, unbezahlte, ungeplante Werbung für Shisha-Messe. Falls ihr da Bock drauf habt, Leute, nächste Woche in Frankfurt, Freitag, Samstag, Sonntag, Freitag aber nur für Fachaussteller, beziehungsweise Fachbesucher. Shisha-Messe, Leute, die erste seit 2019. Ich bin insane hype. Ich bin, ich hab richtig Bock drauf. Mehr zu dem Thema in der nächsten Folge, aber vielleicht könnt ihr euch jetzt noch schnell ein Ticket bei Shisha-Messe.de kaufen und dann sehen wir uns nächste Woche in Frankfurt. Vor allem möchte ich mal kurz anmerken, die Planung von uns mal wieder insane, weil der Cast für die Shisha-Messe am Freitag dem sechsten online kommt, wo die Shisha-Messe anfängt. Ja, das ist wirklich gut. Wenn wir die Freitag rausbringen, die Folge, können die Leute, die freitags kommen, auf der Fahrt schon direkt den Shisha-Cast über die Messe hören oder für die Leute, die dann samstags fahren, auch ganz entspannt schon verfügbar und dann kann man sich für den Shisha-Cast mit dem Special-Thema Shisha-Messe reinziehen, während man zur Shisha-Messe fährt. So sieht's aus. So sieht's aus. Und dann seid ihr top vorbereitet auf die Shisha-Messe, Freunde. Gut, aber das ist nur ein kleiner Spoiler für die Folge 29 vom Shisha-Cast. Kommen wir wieder zu der Folge 28. Also, die Schlange war gnadenlos lang. Ihr müsst euch vorstellen, es waren praktisch drei Reihen vor den Eingängen zu der eigentlichen Sicherheitskontrolle. Und Marvin, der alte Fuchs, hat schon geplant, ich messe jetzt die Zeit, die wir brauchen für die erste Reihe, um dann hochrechnen zu können, wie viel Zeit wir ungefähr für die drei Reihen brauchen. Marvin hat aber nicht mit Johannes gerechnet, der dann einfach sich mit so einem Typ da in der Schlange vor uns angefreundet hat und der dann irgendwann gesagt, ja, kommt, geht ruhig vor. Und dann hat er uns vorgelassen. Alle Mann. Aber Ehrenmann auch. Absoluter Ehrenmann. Wäre der Typ nicht gewesen, wäre es eng geworden mit dem Flug, aber wir hätten es wahrscheinlich gerade noch geschafft, würde ich sagen. Ja. Gut, aber wir haben es durch die Sicherheitskontrolle geschafft. Yes. Und wie gesagt, ich hatte natürlich noch das Problem gehabt, dass wir mussten natürlich alle noch so einen, für die Kosmetika und alles mögliche, also diese typischen Sipbeute. Wenn du Flüssigkeiten in den Koffer packst, ist ja kein Problem, aber im Handgepäck darfst du ja nur Einzelgröße 100 Milliliter haben in einem Sipper, der maximal ein Liter fasst. Genau, was hatte ich dabei? Drei Liter. Das heißt, dann war erst mal noch Aufregung, irgendwie einen Ein-Liter-Beutel herzuschaffen. Hat dann aber auch Ehrenmann, der Typ von der Sicherheitskontrolle, einfach für mich organisiert. Echt? Ja. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich stand dann da und er meinte, er ist zu groß. Und da hat er von sich aus einfach für mich einen Ein-Liter-Beutel organisiert. Absoluter Ehre. Hat den Drei-Liter-Beutel da reingepackt, was für mich auch überhaupt keinen Sinn macht. Naja, ist halt doppelt versippt. Ja. Hauptsache, er muss ja nur checken, ist das Volumen unter dem Liter. Und ja, war super easy. Ja. Und dann waren wir durch und hatten dann, glaube ich, noch Viertelstunde Zeit gehabt. Ja. Und sind dann zum Gate. Ja. Und was machen Johannes und Emre? Ey, wir trinken noch ein Bier. Und tun was zu essen. Ey, wir, Alex und ich, die zwei Allmanns in der Truppe, schon Kammerflimmern Deluxe, ob wir noch rechtzeitig Gate kommen. Und Johannes und Emre so, ja, Bierchen geht schon noch, Digga. Fand ich mal locker. In dem Moment, als sie gesagt haben, ja, wir holen uns noch ein Bier, dachte ich mir so, are you stupid? Ich, ich hab komplett ausgeschaltet. Are you mad? Ich hab, ich hab auch erst auf halbem Weg gemerkt, dass die gar nicht da sind. Ja, also ich war dann auch so, scheiß drauf, ich geh weiter. Dann fliege ich, dann fliege ich halt so nach Spanien. René und wir beide sind einfach schon Richtung Gate, Richtung Flugzeug gelaufen. Aber im Endeffekt, muss man sagen, haben wir uns wieder unnötigen Stress gemacht, weil die haben es ohne Probleme, also nicht mal gerade noch rechtzeitig, sondern war absolut im Rahmen, haben die es geschafft und die hatten halt null Stress, wir hatten Kammerflimmern, kurz vom Herzinfarkt. Also eigentlich alles richtig gemacht. Man muss eigentlich mal entspannter sein, das ist richtig schlimm. Ja, wenn das so einfach funktionieren würde, ne? Ja. So, ja, dann lass das doch einfach, Alex. Ja, danke für den Tipp, du Bastard. Ja, aber ist doch so, weißt du? Ich glaube, Johannes hat... Wie an dem Tag, als ich nicht motiviert war. Ja, dann sei doch einfach motiviert, Digga. Ach so, Bruder, danke dir, ey. Korrekter Tipp, Mann. Aber da auch nochmal Kuss an die Community, ich hab voll viele liebe Nachrichten bekommen. Das ist süß. Teilweise auch so richtige Romane. Ernsthaft? Da kannst du ein Motivation-Video draus drehen, was mit da geschrieben wurde. Sowas ist geil. Ja. Ne, aber ich glaube, Johannes hat da wirklich schon diese spanische Mentalität. Da werden wir auch noch drauf kommen. Aber ich glaube, der hat wirklich schon diese... Johannes ist jetzt einfach Spanier. Ja. Der ist gar nicht mehr ein Mann. Ne. Der ist jetzt einfach Spanier. Gut, aber wir haben es in den Flieger geschafft. Ich hatte sogar Notausgangplatz, das heißt, ein bisschen mehr Beinfreiheit. Ich hatte den Mittelplatz, ne? Und dann saß, links saß so eine Oma, die hat basically nonstop geschlafen und rechts saß so ein Professor, Opa. Also er sah aus wie ein Professor. Wobei ich mir dann dachte, er ist wahrscheinlich kein Professor, weil ich denke, Professoren fliegen eigentlich nicht Ryanair. Ja. Den sehe ich eher so in der Lufthansa First Class. Aber egal. Ich meinte dann so, guten Tag, hätten Sie Interesse zu tauschen? Er so, nein. Und ich dachte mir so, Digga, ich habe ja nur mal lieb gefragt. Also, habe ja kein Problem damit, wenn dann jemand nein sagt, du hast den Sitz gebucht, der steht dir zu. Aber hätte ja sein können, sorry, dass ich es mal angesprochen habe, Digga. Vor allem hätte ja auch sein können, dass es ein Pärchen war und die vielleicht sogar nebeneinander sitzen wollen. Aber dann hätten sie sich vielleicht auch so hingesetzt oder so. Ja, egal. Er hatte auf jeden Fall keinen Bock, aber seine Antwort war halt inszeniert. Nein! Und ich dachte mir so, Digga, Fick dich. Also, really, wenn ich jemanden so respektvoll anspreche und versuche nett zu sein, so, du kannst ja meinen Vorschlag ablehnen, ist ja absolut kein Problem, aber du musst ja dabei kein Arschloch sein. Ja, aber ich habe auch so eine These so, es gibt alte, also alte Leute, ältere Menschen, entweder sind die super lieb und zuvorkommend oder richtige Arschlöcher. So richtig grumpy Grandpa. Ja, genau. Ja, das war der. Das war die Definition vom Grump, Grump, Scheiß drauf. Vom bösen Opi. Vom bösen Opi. Vom bösen Opi. Ja, ich saß ein paar Reihen vor dir, hatte zum Glück einen Gangplatz, also ich hatte ein bisschen Platz gehabt, auf jeden Fall. Und du musst mir ja noch deine Kamera geben. Ja, Notausgangplatz darfst du ja nix am Mann haben und deswegen musst du auch die Kamera weg. Ein iPad geht komischerweise, aber eine Kamera geht nicht. darf ich jetzt was in der Hand haben oder nicht? Egal, es sind halt die Regeln, muss man sich halt dran halten, muss man nicht lange drüber diskutieren. That's it. Entweder du machst mit oder verpisse ich aus dem Flugzeug. So saß ich auf jeden Fall die erste Filme mit zwei Kameras bei mir und die beiden neben mir haben mich auch schon so ein bisschen dumm angeguckt. Was macht der da eigentlich? Warum hast du genau zwei Kameras? Damit ich mich beim Film selber filmen kann, was? Du filmst einfach selbst den Vlog und das Behind the Scenes. Beides einfach. Beides. Die eine Hand so nach vorne zum Vloggen, die andere zur Seite zum Behind the Scenes drehen. So ein Ding war das. Nee, aber Flug haben wir überstanden und dann sind wir gelandet im Sevilla Airport. Genau. Aero Puerto. Ja. Da muss ich sagen, fand ich gut, dass Johannes vorgeplant hat, weil du brauchst für Spanien so ein Einreiseformular, was du per App schon machen konntest, das war auf der Fahrt nach Köln gemacht und so konnten wir nämlich direkt easy beim Flughafen durchlaufen. Ja. Und was ich echt geil finde, das würde ich mir sogar öfter überlegen, dass ich einfach ohne Koffer fliege. Ich finde es mega geil. Das war das erste Mal, dass ich nur Handgepäck geflogen bin. Echt? Ja. Oh, ich bin schon häufiger nur Handgepäck geflogen und ich liebe das. Das ist ja so entspannt, weil du kommst an und kannst direkt rauslaufen. Weißt du, was das Problem ist, Alex? Mit wem fliegst du meistens? Ja. Mit deiner Freundin und schlag mal einer Frau vor, nur Handgepäck zu fliegen. Also ist jetzt natürlich ein böses Vorurteil. No Front an alle Frauen. Mir ist bewusst, dass bestimmt auch viele Frauen mit Handgepäck fliegen. Aber Erfahrung, einfach nur meine eingeschränkte Erfahrung aus dem Leben immer, wenn ich meinen Ex-Freundinnen vorgeschlagen habe, ja, lass doch Handgepäck fliegen. Da habe ich höchstens einen dummen Spruch und einen bösen Blick kassiert. Ist so. Ist so. So war das zumindest einfach bei mir bis jetzt. Aber ich finde nur Handgepäck fliegen auch geil, weil dann hast du dir schon mal, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde am Airport locker gespart, weil du musst nicht zu dieser Kofferausgabe. Dann stehst du erst mal 20 Minuten, bis die überhaupt ankommen. Dann musst du warten, bis deiner da rauskommt und dann musst du damit rausgehen. Und das hast du halt mit allen Menschen rausgehen. So bist du ja einer der Ersten, die einfach rauslaufen können. Also ich finde es auch killer, mit Handgepäck zu fliegen. Vor allem so wie wir. Wir hatten ja den normalen Rucksack, den man mitnehmen darf und noch ein Handgepäckstück Bonus. Das heißt, man konnte so einen kleinen Handgepäckskoffer nehmen und eben seinen Rucksack. Dann hatte ich meinen ganzen Technikkram im Rucksack und meine Klamotten im Koffer und so ging das wunderbar. Ja genau, so habe ich es auch gemacht. Und ich muss sagen... Aber Alex, wo hast du überhaupt die Shisha verstaut? Die Shisha? Ja. Wir haben keine Pfeifen mitgenommen. Wir haben gar nichts mitgenommen. Wir haben keine Pfeifen mitgenommen. Nein. Wie haben wir das denn dann gelöst? Ja, wir haben das natürlich vorher abgeklärt und dann wurde aus dem Hokkaian Headquarter wurden dann einige Pfeifen per, ich glaube, UPS Express direkt nach Spanien geschickt. Ja. Zum lieben Jaime. Jaime. Ja. Genau, der wohnt nämlich in Sevilla und genau da sind wir auch erstmal hingeflogen. Genau, wir sind dann nach Sevilla geflogen und dann erstmal ein Transit zum Mietauto. Genau. War dann der nächste Step. Ja. Ja, da haben wir erstmal geguckt und mussten dann erstmal kurz warten, bis wir dann einen Wagen bekommen haben. René hat das netterweise, da weiß er mittlerweile, wie das geht, hat das Ganze organisiert dort und Marv und ich haben erstmal das Auto gesucht und wir hatten einen Berlingo gehabt. Ja. Ja, wir haben halt was gebraucht, wo viel Platz war. Das stimmt. Wir waren ja fünf Leute, die alle mit Gepäck kamen, also da brauchst du natürlich was, was ein bisschen Platz hat. Beziehungsweise ab Donnerstag waren wir sogar sechs Leute. Ja. Ja, das stimmt. Das war dann auch manchmal eine logistische Meisterleistung, was das Fahren angeht. Aber da hat ja alles ganz gut geklappt. Das stimmt. Genau, da haben wir das Auto geholt, dann haben wir uns noch kurz mit dem Jaime getroffen, zu dem ja unsere Shishas, Tabak und Co. geschickt wurden. Genau, der kam dann zum Mietwagen gedönst. Genau. Der war dann vor dem Mietwagenladen, dann haben wir da noch die Pfeifen ins Auto geschmissen, also es war alles in Paketen drin. Dann ist uns noch aufgefallen, dass wir zwar an alles gedacht haben, aber nicht an Schläuche und an Kohle. Zuerst ist ja die Kohle aufgefallen. Da fängt es ja erstmal an, dass wir, wir hatten Kohleanzünder, wir hatten die Pfeifen, wir wussten, dass Tabak und Köpfe da sind. Und dann fragen wir so, ja, wo ist die Kohle? Ja, gibt's nicht. Kohle ist nicht dabei. Ja gut. Also Kussreime fürs Mitdenken. Ja. Das heißt, nächster Step war dann erstmal nochmal nach Sevilla reinfahren in die Stadt. Eine Estanko suchen, die sie sonntags abends noch offen hat. Sonntag nachts. Stimmt, wir sind... Das war irgendwie 22 Uhr oder so. Ja. Mussten dann noch irgendwie einen Tücher laden, von haben wir zum Glück auch gemacht. René und wir beide sind da getrennt gefahren. Wir sind dann zur Estanko gefahren. Ich weiß gar nicht, wo Johannes und Emre, die haben glaube ich irgendwelche anderen Pakete eingesammelt. Und haben wir dann auch glücklicherweise noch gefunden. Was ich krass finde, ist, es war Sonntagsnachtsabend, also später Abend. Also als wir dann am Shisha-Laden waren, war 22, 30, 23 Uhr, irgendwie sowas. Und die Spanier, die machen da, die feiern da einfach noch, als ob es um die Wochen... Das sah aus wie Samstagnacht. Ja, das ist so krass. Also es ist denen komplett egal, was am nächsten Tag Montag ist. Weißt du, die Deutschen würden so, ja Sonntagabend gucke ich noch entspannt eine Serie hier auf Netflix und dann geht es aber auch ins Bett, weil morgen ist wieder Arbeit. Was für Serie auf Netflix, Sonntagabend guckst du Tatort und dann geht es ins Bett. Tatort auf ARD, perfekt. Also wenn, dann schon richtig Deutsch. Ja, ja, okay. Full Allman-Mode. Ja, aber die Spanier, die touren dann noch auf der Straße rum, die saßen da alle draußen mit Bierchen in der Hand, haben da gequatscht, Musik gemacht. Ja, also da saßen wirklich einfach Leute in der Bar, die eine Gitarre dabei hatten und so. Ja, das fand ich auch krass. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann Kohle geholt. Die hat leider 8,50 Euro gekostet. Ein Kilo Black Coco in Spanien, dann sind wir wieder ins Auto gesprungen, haben Johannes und Emre eingesammelt und dann sind wir runtergefahren Richtung Chiclana de la Frontera und sind da zu unserer Hütte gefahren. Ja, aber auf der Autobahn ist da auch gefallen, ja gut, Schläuche sind bei der Priest-Tour-Messet auch nicht dabei. Ja. Ja. Aber das Problem konnten wir dann lösen, weil am Haus angekommen, haben wir erstmal die Tour bekommen, haben die Übergabe gemacht. Sehr, sehr geile Hütte mit Tischtennisplatte, mit Pool, mit Outdoor-Couch, mit kleinem Rasen, mit Tor, mit Trampolin, innen auch super modern und ein schön großes. Es gab ein Master-Bedroom mit Bad. Ne, zwei. Unten und oben. Es gibt immer nur ein Master-Bedroom. Master-Bedroom ist das größte Schlafzimmer in einem Haus. Ach so, okay. Ja, also es gibt immer nur ein Master-Bedroom. Aber oben war dann noch ein großes Schlafzimmer mit einem Doppelbett und zwei Zimmer mit jeweils zwei Einzelbetten. Genau. Ja, ich habe zum Glück das mit dem großen Bett bekommen, da war ich sehr, sehr happy. Aber ich muss auch sagen, es war auch einfach das Schlauste. Ja, also ich passe halt, also das ist natürlich schon so ein bisschen First-World-Problem, aber wenn ich in so einem 90-mal-zwei-Meter-Bett liege, das ist für mich schon sehr knapp. Ja, deswegen also. Also wenn ich mich da einmal umdrehe, also in 90-Zentimeter-Betten passiert es mir oft, dass ich rausfliege. Also ich muss sagen, selbst ich hatte schon ein paar Probleme gehabt bei den kleinen Betten und ich glaube, hättest du da drin gelegen, das wäre komplette Krise gewesen. Die sind für mich wirklich nichts, die Dinger. Also mir wäre es, glaube ich, auch egal gewesen, ob Doppelbett oder Einzelbett. Was ich gefeiert hätte, wäre ein eigenes Bad. Ja. Aber, ähm. Also ich hatte ein eigenes Bad dabei, Johannes hatte im Master-Bett-Room ein eigenes Bad dabei und für die zwei Doppelbett-Zimmer beziehungsweise zwei Einzelbett, also die zwei Zimmer mit jeweils zwei Betten haben sich ein Bad geteilt. Genau. So. Ja. Ja, war eigentlich unfair. Ja, aber. Ja, aber wenn es eng war, habe ich ja auch gesagt, geh halt bei mir auf Toilette oder Duschen. Ja, deswegen. Hat auch gepasst. Das hat man dann schon irgendwie hinbekommen. Aber auf jeden Fall war die Hütte extrem geil und vor allem war die Hütte auch extrem geil, weil es dann Gartenschlauch gab. Ja, da haben wir ganz kurz mal unsere Probleme mit den Schläuchen gelöst, weil Emre und René dann auf einmal den Gartenschlauch mit ins Wohnzimmer gepackt haben und dann zugeschnitten haben. Und ganz ehrlich, das hat perfekt gepasst auf die Anschlüsse. Ja, also ich meine, bevor es Silikonschläuche in Deutschland gab, haben wir auch Aquariumschläuche benutzt. Und ein Gartenschlauch ist jetzt auch nichts anderes als ein etwas stabilerer Aquariumschlauch, wenn man so will. Es ist halt einfach ein stabiler Schlauch. Ja. Das ist genau das, was du für die Pfeife willst. Bisschen flexibler ist natürlich besser. Also wir haben uns dann schon gefreut, als wir einen Tag später richtige Schläuche geholt haben. Ja, eigentlich haben nur wir beide uns gefreut. Das war ja... Die anderen haben durchgezogen. Ja, aber auf jeden Fall haben wir das Problem mit den Schläuchen dann gelöst. Wir hatten unser Kohleproblem gelöst und in der Wohnung angekommen, haben wir dann erstmal ein schönes Köpfchen geraucht. Beziehungsweise, bevor wir das Köpfchen geraucht haben, mussten wir erstmal ungefähr 500 Dosen Fuck Your Life anmischen. Weil, also, ich weiß nicht, was die Jungs gedacht haben, was wir da alles wegrauchen können, aber damit hättest du auch mindestens dreimal so viel Mann eine Woche versorgen können. Mindestens. Auch die Köpfeauswahl war ja gigantisch. Also, ich glaube, wir hatten bestimmt 70 Köpfe dabei. Ja, es war ein komplettes Sideboard voll und es war ein langes Sideboard. Es war wirklich ein langes Sideboard, ja. Genau. Und dann haben wir unser erstes Köpfchen geraucht. Genau. Haben uns dann erstmal ich mir einen Pott, glaube ich, du dir einen Popo geschnappt. Ja. Ich hab mir einen Popo geschnappt. It will never stop. Nee. Haben uns dann jeder schön auf Nature und Dark Base einen... Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir einen Traubemünze gemacht hab. Ich glaub, wir haben beide Trauben willst du auf Dark Blood geraucht. Ja. Auf der Dark Base. Entschuldigung. Und dann erstmal den Abend ausklingen lassen. Waren davor noch kurz bei Megis gewesen. Ja. Haben uns da was gezogen. Ja, also... Auch da wäre uns lieber gewesen, was Gesünderes zu nehmen, aber wir waren ja dann bis um elf oder so in Sevilla und sind dann nochmal über eine Stunde runter nach Chiclana gefahren. Ja, länger sogar. Länger sogar, ja. Ich sag ja, über eine Stunde. Wir waren kurz vor ein, zwei Mal, glaube ich, bei Megis gewesen. Ja. Kurz vor eins bei Megis. Und da hatte halt nichts anderes mehr auf. Da haben wir halt genommen, was wir kriegen können, weil wir halt hungrig waren. Ja, dann haben wir Megis gefuttert, haben wir noch ein Köpfchen geraucht und dann sind wir ins Bettchen gesprungen. Genau. Und dann hat der erste richtige Tag begonnen und wir wussten schon vorher, dass die ersten Tage das Wetter nicht so geil sein sollte. Kurze Side-Info noch davor. Und zwar, ich bin jemand, ich schlafe sehr, sehr gerne mit offenem Fenster. Und das, ich hab mit René in einem Zimmer gepennt, hab uns René gesagt, weil er am Fenster gepennt hat, so, ob das okay ist, wenn wir das Fenster offen lassen. Allgemein, hier können wir an sich gerne machen, aber pass auf, das wird nachts schon wirklich kalt und windig. Meinst du, ach was, das passt schon, mach ich zu Hause. Das war heute überhaupt nicht schlimm, das ist okay. Haben wir gemacht und ich hab dann am ersten Tag schon gemerkt, oh, ich glaube, ich hab mir doch da einen Zug geholt. Perfekt. Erster Tag im Urlaub. Also, Urlaub slash Business Trip. Es ist immer, da können wir vielleicht auch kurz eine Sekunde drüber reden, ist immer ein bisschen schwierig, diese zwei Sachen auseinanderzuhalten, weil es ist kein Urlaub, wo ich mir einfach denke, ui, ich fliege jetzt zu diesem Ziel, wo ich schon immer mal hin wollte und mach dann jeden Tag genau das, was ich möchte. Auf der anderen Seite hört sich Geschäftsreise auch viel zu langweilig an für das, was es letztendlich ist. Also, irgendwie ist es immer so ein Hybrid dazwischen. Es ist eine unglaublich geile und sehr entspannte Geschäftsreise, könnte man sagen. ich würde es auch eher als Geschäftsreise deklarieren, sage ich mal, weil im Endeffekt ist es, wir arbeiten ja trotzdem durchgehend, weil Social Media ist halt einfach 24-7 eigentlich. Also, wenn du überlegst, wie oft wir auch abends noch da gechillt haben, du hast geschnitten. Ich habe jeden Abend geschnitten. Ich habe Videos hochgeladen, habe noch Reels gedreht. Also, es ist wirklich eine entspannte Geschäftsreise, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen, so muss man das schon betiteln. Aber wenn dann Leute gesagt haben, zum Beispiel habe ich letztens mit meinem Papa geredet und meinte so, jo, ich war jetzt seit, ich glaube, 2018 oder 17, nee, 17, seit 2017 war ich nicht mehr privat im Urlaub. so, ja, ich war auf dem Malediven und mehrfach in der Türkei und ich war, weiß ich nicht, dreimal in Spanien jetzt und ich war in Russland und in Dubai war ich zweimal in der Zeit und so. alles übertrieben geil, gar keine Frage, aber nichts davon war halt ein full-on privater Urlaub, den ich selbst geplant und umgesetzt habe. Und das ist schon ein Unterschied. Es ist natürlich immer irgendwie so, ja, du verwöhner Penner, Alter, willst du mir jetzt hier was erzählen, wie arm du dran bist, ui, du musstest zweimal nach Dubai und zweimal in die Türkei und auf die Malediven. Aber, also ich weiß auch gar nicht, ob man das so beschreiben kann, dass das jemand so gut nachvollziehen kann, der nicht diese Situation schon mal hatte. Ich finde auch, das Problem ist einfach dabei, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute immer noch nicht so wirklich hinterblickt haben, wie viel Arbeit das wirklich im Hintergrund ist. Ich meine, wenn du überlegst, was wir für Storys gemacht haben, dass wir chillen am Pool, wir sind da, wir rauchen hier Pfeife, aber wie viel Arbeit im Endeffekt das Ganze im Hintergrund ist, das sieht halt keiner. Und wenn du das halt nicht koppelst an dieser Geschäftsreise, wo du halt denkst, ja gut, die chillen einfach ein bisschen in Spanien, machen nichts. Dann bist du danach am Arsch, am Popo. Ziehen wir das jetzt wirklich durch? Nee, bitte nicht. Nee, aber ich glaube, wenn du das halt nicht hinterblickst und dann auch denkst, so die machen halt nichts in Spanien oder sehen halt nicht, dass es auch irgendwo Arbeit ist, dann kommen halt auch so Kommentare. Deswegen. Aber ja, es war wirklich eine geile Reise, aber halt mit Arbeit gekoppelt. Genau. Also eine extrem coole Geschäftsreise. Immer wieder mit Arbeit, aber dann auch wieder mit cooler Freizeit. Und das Coole ist halt dann, wenn du dann ein bisschen Freizeit hast, die Zeit, die du normal am Tag als Freizeit zur Verfügung hast, warst du dann halt nicht im deutschen, kalten, Spontanwinter im April, sondern im schönen, sonnigen Spanien. Beziehungsweise die ersten zwei Tage hat es ja noch ein bisschen geregnet, aber deswegen waren wir schlau und haben uns da Dinge hingelegt, die wir sowieso erledigen mussten. Am ersten Tag, als wir angekommen sind, also sozusagen am zweiten Tag der Reise, der Montag, sind wir ja erstmal einkaufen gegangen, haben uns ein Gym rausgesucht, weil wir natürlich auch weiter trainieren gehen wollten, haben die Einkäufe ready gemacht, haben uns noch Schläuche besorgt und all so Sachen. Also alles, was man so erledigen muss, um dann auch wirklich angekommen zu sein. Genau. Und genau das haben wir auch am Montag gemacht. Da war dann noch ein Grillen dazwischen und im Gym haben wir dann natürlich auch noch direkt ein Workout rausgehauen und dann am zweiten Tag war es für mich, was? Ich muss auch sagen, das Gym war sehr, sehr cool, was wir da hatten. Gym war echt cool. Zuerst dachte mir ja, das hat zu. Warst du ja so oft da, ne? Ja, ich war einmal da. Ne, jetzt einmal, doch einmal, glaube ich, ja. Einmal warst du da. Ja, aber an sich fast geil. Also war so ein bisschen oldschool gehalten, würde ich behaupten. Es war nicht so großartig voll und ähm. Gut, wir sind halt auch zu Zeiten gegangen, wo die Spanier gerade noch ausschlafen, ne? Ja, obwohl ich hätte gedacht, dass die während der Siesta auch da sind. Ja gut, aber Siesta ist ja so 13, 14 Uhr bis 16, 17 Uhr. Grob. Kommt natürlich auch immer auf die Region an und so. Aber so grob. Also ich glaube, wir waren immer vor den Spanier trainieren oder vor dem Großteil der Spanier trainieren. Auf jeden Fall, das eine Workout war ich mitgekommen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ja. Das Gym war auf jeden Fall geil. Da gab es dann auch ein paar Sachen, die es bei uns in den Gyms nicht gab. Zum Beispiel diese Dip-Maschine, die sehr, sehr cool war. Und das war schon geil. Also die Workouts haben da auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Das war nice. Und dann kam der Dienstag und da war das Wetter am schlechtesten, würde ich sagen. Morgens war es noch ganz okay, aber dann sind wir auch Richtung Cordoba gefahren, weil am zweiten Tag sind wir zu der Fabrik, wo die Lip-Lips hergestellt werden, gefahren. Bzw. erst mal sind wir woanders hin gefahren, weil uns eventuell eine falsche Adresse gegeben wurde. Bzw. wir waren halt davor, wenn wir noch zusammen frühstücken in so einem, ich weiß gar nicht mehr wie, irgendwas mit Chicken. Ich weiß nicht mehr ganz genau den Namen. Ventra, Ventro. Ja, irgendwas mit V. Ja, ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall das spanische Wort für Verkauf. Verkauftes Hähnchen hieß der Laden. Ja, irgend sowas. Ventra de Boyo oder so. Auf jeden Fall war das so ein bisschen außerhalb gewesen. Das sah jetzt auch nicht nach so einem Restaurant aus, wo ich einfach mal so als Tourist reingegangen wäre. Aber Johannes hat schon vorher gesagt, so gerade die Buden, wo du nicht direkt reingehen würdest, sind eigentlich die besten. Das heißt, haben uns da auch einfach gedacht, so wir machen einfach alles mit und sind da hingefahren, haben dann noch den Carlos getroffen, auch Teil des... Nicht Carlos. Wie hieß der nochmal? Nicht Carlos. Sicher? Ja. Dann weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir da noch jemanden getroffen, der uns da so ein bisschen als... Der uns da mitgenommen hat und haben dann da erst mal gefrühstückt. Das war... In meinen Augen war es auf jeden Fall okay. Also ist gar... Also der Schinken, der Ramon dort ist absolute Spitze. Und ansonsten hatten wir so belegte... So eigentlich Chicken Burger-mäßig so ein bisschen, so weißes Brot einfach mit einem Hähnchen drauf, ein bisschen Käse. Ja. Hat auf jeden Fall gesättigt und dann sind wir Richtung Cordoba zur Litli-Fabrik beziehungsweise sind wir mit zwei Autos gefahren. Das heißt, René, Marv und ich in einem Auto und Emre und Johannes in einem Auto. Und eventuell wurde da dem René eine falsche Adresse gegeben. Das heißt, wir sind dann in so eine kleine Stadt reingefahren, haben da einen Parkplatz gesucht und sind dann irgendwo hingelaufen, wo halt die Hausnummer gewesen wäre. Stehen wir dann davor, warten schon und Johannes hätte geschrieben, ja, sind so in zehn Minuten da. Haben gesagt, okay, warten wir kurz, hat geregnet, haben uns da irgendwo untergestellt und so, ja, nach zehn Minuten ungefähr kam dann so, ja, ich glaube, ihr habt die falsche Adresse. Das heißt, wir einfach wieder direkt zum Auto gelaufen und dann zur richtigen Adresse gefahren. Ich glaube, das war nochmal zehn Minuten mehr Fahrt, aber da sah es dann auch wirklich eher aus wie die Litli-Fabrik, wie wir es uns vorgestellt haben, als in der kleinen Stadt da. Ja, definitiv. Ja, angekommen. Angekommen. Achso, ich dachte, das war die Übergabe, so Marvin, du kriegst jetzt den Sprechstab, den Sprechball. Dann nimm den Sprechball. Dankeschön. Ich habe jetzt den Sprechball. Genau, dann sind wir angekommen in der Fabrik und wie dir Alex schon gesagt hat, das erste war halt eher so in der Stadt und das zweite war dann wirklich in so einem Industriegebiet, wo man auch halt eine Produktionsstätte erwarten könnte. Da wurden wir dann begrüßt von dem Produktionsleiter von dieser Fabrik und der hat uns erst mal so eine kleine Ausstellhalle, so einen kleinen Ausstellraum gezeigt, wo halt die ganzen Sachen sind, die die machen, weil die machen ja auch nicht nur Köpfe, die machen halt auch Geschirr und so Kunstton-Dinger, so Sachen, die man sich in den Garten stellt, so ein ganzes Hähnchen aus Ton. Aber sah cool aus. Sah cool aus, die machen auf jeden Fall gute Sachen, aber dann ging es für uns los und wir können euch mal kurz den Prozess erklären, wie so ein Lip-Lip gemacht wird, aber um das wirklich zu verstehen, würde ich euch empfehlen, entweder bei uns nochmal die, hast du ein Story-Highlight oder ein Reel oder sowas gemacht? Ich habe, glaube ich, keinen Reel gemacht, weil du das Reel gemacht hast. Okay, gut, dann mache ich jetzt nur Werbung für mich. Du hast halt leider gelitten. Ja, schlimm. Also wenn ihr den Prozess sehen wollt, wie so ein Lip-Lip gemacht wird, ich habe den sowohl in meinem Video, also in meinem Reise-Vlog rund um Spanien mit drin, als auch nochmal als extra Reel auf Insta und auch als TikTok auf TikTok. Sagt man das so? Ja. Gibt es auch auf TikTok auf jeden Fall. Übrigens hat das mittlerweile fast 400.000 Aufrufe oder so. So krank, ne? Richtig krank. Aber ich muss auch sagen, das Reel, was du da gemacht hast mit dem Erklären und so weiter und dann noch die Texte rein, finde ich super geil. Ja, fand ich eigentlich auch ganz cool. Schade, dass sich sowas nicht häufiger anbietet. Aber gut. Auf jeden Fall, wenn ihr das sehen wollt, guckt euch das sehr gerne an, aber kurz erklärt, gibt es dann eben so eine Presse, die halt diese Tonwürstchen schon mal so ein bisschen in so eine Vorform ver... in eine Vorform formt. Ja, wollte ich eigentlich sagen, aber es klingt jetzt nicht so eloquent. In Rohling. Der den Rohling in seine Erstform bringt. Ne, der die Grundmasse in den Rohling formt. Ja, die Grundmasse in den Rohling formt. Dann wird das Ganze an der Drehbank noch mit den Verzierungen gemacht und das fand ich zum Beispiel krass. Ich hätte nicht gedacht, dass wirklich jeder Lidlip in Handarbeit da von seiner Rohform zur finalen Form gebracht hat. Was man als Vorwart noch sagen muss, der muss erst mal vorher trocknen. Du kannst nicht direkt den Ton pressen und dann an die Drehbank gehen. Also er wird gepresst, dann liegt er einen Tag, dann wird er geformt, dann liegt er noch mal sieben Tage, dann wird er das erste Mal ohne die Glasur gebrannt, dann muss er noch mal liegen und dann wird er mit der Glasur versehen und final gebrannt. Genau. Über acht bis neun Stunden. Ja. Sehr, sehr krass. Und dann kommt am Ende ein Lidlip raus. Und das haben wir uns einmal angeguckt, aber wir dürften auch mal selbst an die Drehbank und uns da eigene Designs in die Lidlips reinballern. Und ich war full on im Modus, Alex. Ey, es war so geil. Ich hätte stundenlang da eigene Lidlips-Designs rausballern können, ne? Ich fand es so nice. Ich musste dich ja irgendwann wegziehen, weil es war ja eine begrenzte Anzahl da an Rohlingen, die wir zur Verfügung hatten. Und ich so, Marvin, kann ich auch noch ein paar haben? Ja, ich hab so Johannes gefragt, wie viele kann ich denn? Er so, ja, mach, 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 mach. Und ich war wirklich im Modus. Also am Anfang, es ist deutlich schwerer, als man sich das vorstellt. Safe. Du setzt da so den Kopf drauf und dann dreht er sich, wenn du das Pedal trittst, um Gas zu geben auf der Drehbank und dann kannst du den mit verschiedenen Werkzeugen so ein bisschen bearbeiten. Und am Anfang sind uns regelrecht die Köpfe um die Ohren geflogen. Und irgendwann entwickelst du aber so ein bisschen ein Gefühl dafür und dann kommst du langsam rein und dann wird das langsam besser. Und am Ende hatte ich wirklich ein paar Lidlip-Designs, die ich sehr geil fand. Also bei dir sah es am Ende richtig krank aus. Also es sah sogar, also ich muss sagen, bei dir sah es am Ende so aus, als ob du die wirklich, als ob du ein Design im Kopf hast und die nacheinander gleich produzieren kannst. Hatte ich das auch. Also so sah das auch aus. Das fand ich super krass, was für eine Lernkurve du da hattest. Das so am Anfang hast du gesehen, okay, so natürlich erst mal reinfinden und dann ab irgendeinem Punkt war es wirklich so, so diese Konstanz war drin. Ja. Das war, fand ich super krass. Hatte ich auch so das Gefühl. Ich hab mich dann so ein bisschen Richtung Stonehooker entwickelt, von diesen ganzen kleinen Rillen, die drin sind und stabil laufen. Dann hab ich immer aber eine kleine Fläche unbearbeitet gelassen und genau in die Fläche kann dann eben das SWG und Hukain-Logo rein. Genau. Ja. Auf jeden Fall hat das unglaublich viel Spaß gemacht, sich da mal austoben zu können. Die Köpfe bekommen wir dann auch noch. Ich denke, ein paar werde ich verschenken und die anderen werden wir im Stream verlosen. Sehr cool. Und ein, zwei werde ich natürlich auch selbst behalten. Ja. Also alle weggeben kann ich nicht. Ich hab mir auch ein paar gemacht. Ich hab auf jeden Fall einen Kopf, den ich zu 100% behalten will, weil ich finde, der ist so ein Hybrid geworden, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen vom Design her an Stone angelegt. Aber auf Lit-Lip-Basis mit einer eigenen Klasur bin ich richtig halb drauf. Und ich bin gespannt, wie die anderen geworden sind. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wann die ankommen. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Danach sind wir noch essen gegangen, dann ging es heim. Wir haben noch einen kurzen Ausflug in den Shopping-Center gemacht. Davor sind wir noch mal kurz in den Ausstellraum. Da standen ja auch Prototypen mit anderen Köpfen noch drin. Und da haben wir beide was gesehen. Und zwar Funnels, die das Logo vom Umera drauf haben. Naja, so ein bisschen angelehnt. Das war halt ein Totenkopf, aber mit einem Ying und Yang auf der Stirn. Und, ähm... Hast du deinen eigentlich schon dem immer mitgegeben? Ich war noch nicht im Umera. Hast du schon? Ja, hat er sich gefreut. Aber ich habe nicht gesagt, dass es noch einen zweiten gibt. Also da würde er sich freuen. Es gibt einen dritten. Hast du zwei mitgenommen? Ich habe zwei mitgenommen. Ah, krass. Okay, da würde er sich bestimmt freuen. Oder beide. Da haben wir dem Umid auf jeden Fall auch noch ein kleines Geschenk mitgenommen. Und dann sind wir essen gefahren. Ja, das Essen war eher so mäßig, finde ich. Das war extrem fettig. Das Einzige, was ich in dem Restaurant gut fand, waren eigentlich danach die Steaks. Die Rindersteaks. Ja, vor allem muss man auch dazu sagen, du hattest echt Pech gehabt an dem Tag. Was deine Hose anging. Boah, da wäre ich, also da war ich wirklich tilted irgendwann im Restaurant. Erst der Alex, der Depp, der irgendwas umwirft und mir eine Cola überkippt. Dann hat die Kellnerin noch was umgeschmissen, was auf meine Hose ging. Und danach noch der andere. Ich komme immer noch nicht auf seinen Namen. Der ist jetzt Carlos. Heißt das einfach Carlos? Der heißt jetzt Carlos. Ja. Ja, auf jeden Fall. Boah, da hat meine Hose einiges abbekommen. Aber gut, ist dann so. Auf dem Heimweg sind wir noch kurz beim Outlet Center vorbeigefahren. Und dann sind wir wieder heimgefahren, haben noch ein bisschen entspannt Köpfchen geraucht. Dabei habe ich ein bisschen Video geschnitten. Du hast auch deine Dateien geordnet und so. Aber ich muss noch dazu sagen, also im Outlet ist zuerst das erste Mal mir aufgefallen, diese Mentalität der Spanier. weil, du musst dir vorstellen, du hast dir diese geilen Nike-Sandalen gekauft und ich habe Schuhe für meine Freundin gefunden, die sie schon lange sucht und die haben da glaube ich anstatt 130 Euro waren nochmal extra reduziert auf 40 Euro. Krass. Und da habe ich die eingepackt und ihr wart schon draußen und ihr habt gesagt, ich hole noch kurz was. Da standen drei Leute vor mir. Ich habe 20 Minuten an dieser Kasse gestanden. Ja. Also diese Arbeits-, also diese allgemeine Mentalität da, ich bin nicht draufgeklar gekommen. Ja, wenn du da wirklich so full-on-Almantum gewohnt bist, dann sind die Spanier wirklich lahm wie sonst was. Das ist wirklich krass. Ja, das war dann unser dritter Tag. Dann sind wir heim, Köpfchen geraucht, gearbeitet und schlafen gegangen. Ah ja, und die ganze Zeit auch in der Fabrik gefilmt und gemacht und Storys und Reels und alles. Genau was wir meinen. War eine super coole Experience, aber auch wieder mit sehr viel Arbeit verbunden. Aber ultra geil, das mal gemacht zu haben. Das war, glaube ich, mein Highlight, würde ich sagen, von der Reise. Bei mir auch. Definitiv, definitiv. Dann war der nächste Tag, unser vierter Tag sozusagen, beziehungsweise der dritte Tag in Spanien. Der war eigentlich relativ entspannt, kann man sagen. Da sind wir erst ins Fitnessstudio gegangen, beziehungsweise wir, denen ging es ja leider nicht so gut. Ja, mir ging es nicht so gut. Dann haben wir eigentlich nur in der Bude gechillt. Tischtennis haben wir sehr, sehr viel gespielt. Also wir sind echt Tischtennis-Profis geworden mittlerweile. Dann wollten wir aber noch mal los und ein paar Sachen besorgen, weil wir haben eventuell, also wir haben versucht, Tischtennis zu spielen, aber am Anfang hat das noch nicht so ganz funktioniert, weil die Bälle zu alt waren und die Schlägerscheiße waren. Ja, also mein Schläger ist auseinandergefallen, deiner ist natürlicherweise... Auseinandergefallen worden. Ja, genau. So. So ist das. Ja. Und dann sind wir Richtung Decathlon gefahren. Das ist so ein Riesensportgeschäft, also alles rund um Sport, von Kleidung bis... Gibt es auch in Deutschland. Ja? Ja. Decathlon gibt es auch in Deutschland. Ach so, wusste ich gar nicht. Doch, doch. Okay. Also kennt man eigentlich. Nee, kenne ich nicht. Also kannte ich bis dahin nicht. Wer wundert dich das jetzt? Ja, nee. Und das war erst mal Riesenspielewiese gerade für euch. Also ich bin da so ein bisschen durchgelaufen, habe die Sachen gesucht und eigentlich egal was, ihr habt es ausprobiert. Also ich glaube, wir haben da mit Golfschlägern rumhantiert, wir haben Frisbees durch diesen Laden geschmissen, wir haben diese Trackingstation ausprobiert, wir haben Gedankt mit einem Basketball, ich bin Snakeboard gefahren. Heißt das Snakeboard? Ich glaube Snakeboard oder Waveboard? Waveboard. Also als Waveboard kenne ich es auf jeden Fall. Ah, Snakeboard ist das, das ich noch drehen kann. Ah, okay. Wieder was anhalten. Wie viele Boards gibt es? Ja. Genau, und dann haben wir uns da einen Basketball geholt, einen Football geholt und die Tischtennisschläger. Die Tischtennisschläger. Und du hast dir noch eine Jacke geholt. Genau, ich habe mir noch eine Jacke und einen Pulli geholt, weil ich dachte so, Digga, wir gehen nach Spanien. Ich habe nur T-Shirts eingepackt. War eine dumme Idee im Nachhinein, weil es wurde halt abends, wie gesagt, doch kälter als gedacht. Ja, aber übrigens ab dem Tag war dann richtig geiles Wetter. Also an dem Tag mit der Lindlipfabrik hat es noch geregnet, aber ab dem nächsten Tag war dann wirklich Bombenwetter. Tagsüber so 22, 23 Grad. Im Schatten war es kühl, aber die Sonne hat so geballert, dass es echt ein reiles Feeling gab. Die spanische Sonne, das ist halt noch was ganz anderes, als wir hier in Deutschland haben. Also wenn du in der Sonne standest, hast du, also ich jedenfalls, direkt angefangen zu schwitzen. Gerade wenn wir dann noch irgendwie angefangen haben, hier mit dem Football rumzuwerfen. Ja, und auch direkt Angst vor Sonnenbrand. Also wir haben uns da noch 50er Sonnencreme geholt und so. Ganz, ganz wichtig. Nachdem wir beim Decathlon waren, sind wir noch bei der Estanco vorbei, weil wir natürlich auch wissen wollten, was haben die Spanier so in ihren Läden, was kosten die Sachen dort, wie ist die Auswahl. Und um euch erst mal am Anfang abzuholen, in Spanien ist es so, es gibt zwar Shisha-Shops, aber eher nur in den größeren Städten. Was es aber in eigentlich auch jeder kleineren Stadt gibt, sind sogenannte Estancos. Das ist sowas wie in Österreich die Trafiken. Also so eine Art Kiosk, aber größtenteils darauf abgezielt, Tabakwaren zu verkaufen. Ich wollte gerade sagen, man muss die Leute vielleicht erst mal abholen, in den Shisha-Shops in Spanien darf kein Tabak verkaufen. Genau. Da gibt es dann Shishas, Accessoires, etc. Ja, Schläuche, Köpfe, Pfeifen. Genau. Alles an Zugehör, außer Tabak. Genau. Und da gibt es dann die Estancos extra für. Genau. Da kannst du dann Zigaretten, Zigarren, Schnupftabak, Snooze, Alles mögliche. Shisha-Tabak und all so Zeug kaufen. Auswahl, die haben Holster, Hukain, Adalia, Nameless. Nameless gibt es mittlerweile. Element. Savu, Overdose. Genau, dann wollte ich jetzt zum Dark Blend kommen. Beim Dark Blend haben sie ein paar Sachen, die es bei uns auch gibt, sowas wie Must-Have und Darkside. Allerdings gibt es bei Must-Have zum Beispiel auch noch die eine oder andere Sorten, die wir hier nicht haben. Aufgrund von TPD natürlich. Genau, zum Beispiel Space Flavor gibt es da noch. Theoretisch. Und Frosty. Ja, Space Flavor haben wir sehr lange gesucht, bis wir endlich eine Dose gefunden haben. Aber das war dann in der dritten Estanco, die wir besucht haben. Genau, dann haben wir uns da noch ein bisschen eingedeckt mit alten Darkside-Sorten. Zum Beispiel gibt es natürlich auch noch den alten Supernova, der deutlich potenter war. Den Ice Granny. noch zum Reinmixen geholt, den Ice Granny gibt es noch und natürlich auch noch die alten Hokain-Sorten, die ohne TPD doch noch ein ganzes bisschen besser sind. Oh ja. Wie zum Beispiel den Smint, den es bei uns gar nicht mehr gibt, aber auch so Sachen wie White Cake oder Lemonsiaga, die dort noch deutlich besser sind als bei uns, weil bei uns halt eben einige Aromen nicht mehr reinkommen dürfen. Genau, das haben wir gemacht und dann haben wir noch unseren neu erworbenen Football geschnappt, sind abends noch an den Strand gefahren, haben den Sonnenuntergang am Strand geguckt und haben uns dann den Football ein bisschen um die Ohren geworfen. Und holy fuck, wie schwer ist denn so ein Football werfen? Wir haben uns da jetzt sogar noch ein Tutorial angeguckt. Also am Anfang war das echt traurig, wie wir geworfen haben. Wirklich traurig. Am Ende hatte ich es ganz gut raus, aber am Anfang ist das Ding wirklich rumgeeiert. Also das sieht, ich gucke ja ab und zu NFL, das sieht wirklich eine Million mal einfacher aus, als es ist. Also ich finde, so ein Fußballschießen kann man sehr gut abschätzen von der Schwierigkeit, wenn man sieht, wie Profis schießen und wie man dann selbst schießt. Aber ein Football werfen ist halt auch nichts, was eigentlich deutsche Kinder so in ihrer Jugend machen, weil da war das noch gar kein Thema hier. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, wie oft ich davon Football wirklich aktiv in der Hand hatte, um damit... Ich habe einmal im Sportunterricht in der Oberschule und da ist aber auch nichts hängen geblieben von wie man das Ding wirft oder so. Kein Meter. Ich wusste, dass man den irgendwie so ein bisschen andrehen muss, aber wie du den überhaupt in der Hand hältst, wie die Armbewegung aussehen muss und so, keine Ahnung. Haben wir uns noch ein Tutorial gegeben und haben dann auch die nächsten Tage sehr fleißig geübt und ist auch deutlich besser geworden. Auf jeden Fall. Also mittlerweile kann man sagen, wir können das werfen. Ja, wir sind mittlerweile Football-Profis und Tischtennis-Profis geworden. Ja, beides. Beides, genau. Und Trampolin-Profis auch noch. Und Trampolin-Profis. Trampolin-Profis auch noch. Ne, wir haben uns dann irgendwann so Spiele ausgedacht, dass einer auf dem Trampolin war und zwei waren draußen. Da haben wir immer so die Bälle hin und her geworfen. War schon sehr, sehr funny immer zwischendrin. Genau. Nach Football am Strand ging es dann zurück in die Hütte. Wieder ein entspanntes Gute-Nacht-Köpfchen. Wieder dabei ich den Vlog weitergeladen, weiter geschnitten, ihr wieder Dateien hochgeladen, Bilder bearbeitet und so weiter. Also saß dann wieder jeder am Laptop und hat ein bisschen gearbeitet. Und dabei haben wir dann immer irgendwas auf dem Fernseher laufen lassen. Meistens irgendwelche Fitness-Videos. Meistens schon, ja. Ja, meistens schon. Genau. Und dann ging es zum nächsten Tag. Und der hat mit einem Highlight für mich angefangen. Unsere Vorräte waren langsam aufgebraucht und das bedeutet, dass wir also Nachschub gebraucht haben. Und ich war in der Kindheit immer in Südfrankreich. In Frankreich gibt es eine Einkaufskette, die Carrefour heißt. Ja. Und genau dieselbe Kette gibt es auch in Spanien. Natürlich mit anderen Produkten, aber für mich trotzdem, wenn ich in einer warmen Umgebung auf so einen Carrefour zulaufe, kickt bei mir die Nostalgie und die Urlaubserinnerung einfach rein. Und genau so war das auch. Also ich bin grinsend wie ein Honigkuchenpferd in diesen Laden reingelaufen. Kann ich zu 100% bestätigen. Also du warst so hyped auf das Einkauf. Es ist literally einfach nur ein Lebensmittelgeschäft. Es ist sowas wie ein großes Rewe-Center. Ja, bei mir war es halt so, ja, wir gehen halt jetzt einkaufen. Ja, und bei mir war es so, holy shit, Kindheit, Urlaub, let's fucking go, Digga, Carrefour time. Ah, das war schön. Ah, das war schön. Dann haben wir uns noch eine Viertelstunde in die Schinkenabteilung gesetzt und darüber philosophiert. Dann haben wir unseren Einkauf durchgezogen und dann sind wir auch schon wieder zurückgefahren. Beziehungsweise gab es noch einen Zwischenstopp. Ja, weil wir haben gesagt, wir wollen natürlich noch grillen. Wir haben einen schönen Grill dort gehabt. Extrem geile Grill. Super geil. Und haben gesagt, wir verkaufen alles in der Carrefour ein, außer Steaks. Steaks wollen wir dann beim Metzger extra holen, weil guter Grill, gutes Fleisch. Wichtig. Und dann haben wir noch geguckt, dass wir irgendwo einen Metzger finden. Und wir sind dann erstmal in ein Industriegebiet gefahren, wo ich mir so dachte, so als ob ich hier irgendein gescheiter Metzger ist. Das ist doch maximal dann irgendwie so, wo du dir ein Frikadellenbrötchen holen kannst. Aber als wir dann ankamen, sah das wirklich sehr, sehr hochwertig aus. War ein kleiner Laden. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, ranziges Industriegebiet und auf einmal ein wunderschöner Laden zwischendrin. Das fand ich richtig krank. Ja. Und sind dann reingelaufen. Dann sind wir relativ zügig zu der Tri-Age-Station gelaufen. Oh ja. Und haben dann gesagt, ja, sind ab morgen sind mal sechs Leute. Wir holen jetzt einfach mal zwölf Steaks für zwei Tage. Das dürfte ja passen. A 700 Gramm. Genau. Ja, dann haben wir die Rechnung bekommen. Jep. Und da sind eventuell 260 Euro draufgegangen. Also ich meine, wenn du erst mal, wir dachten so, wir gehen ein bisschen Fleisch einkaufen, dann kam die Rechnung von 260 Euro. Im ersten Moment waren wir alle so, holy fuck, Digga, wie viel Geld haben wir denn gerade ausgegeben? Aber wenn du jetzt ausrechnest, dass wir zwölf Steaks, A 700 Gramm Dry-Age geholt haben, plus noch Chorizo, wenn du das dann durch die 260 Euro teilst, ist es okay. Absolut im Rahmen gewesen. Sogar günstig, muss man sagen, für gutes Fleisch. Und ich finde die Steaks echt gut. Allein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich würde jetzt auch rein starten. Also ich würde jetzt zwei nehmen. Ja, wäre ich dabei. Also das war echt killer. Und genau davon haben wir uns dann natürlich auch direkt wieder daheim angekommen, die ersten auf den Grill geschmissen und die waren wirklich hervorragend lecker. Ja, vielen Dank nochmal an Emre, den Grillmeister da an der Stelle. Ja, den Wannabe Nussred. Genau. Ja. Auch sehr, sehr schöne Aufnahme im Video, Freunde. Ja, super gut gemacht. Ja, kann man sich definitiv mal angucken. Ja, und dann ging unser vierter Tag in Spanien zu Ende. Yes. Und dann ging es am nächsten Tag wieder weiter und du bist ja auch voll in diesem Mobility-Film drin und das heißt für dich natürlich erst mal Anfang des Tages Mobility rein starten. Richtig, das habe ich natürlich auch in Spanien durchgezogen. Sehr wichtig. Danach waren wir dann wieder im Gym und danach ging es dann für Emre, René, dich und mich los nach El Puerto de Santa María. Genau. Da, wo Johannes damals gelebt hat und wo ich ihn auch schon mal besucht habe. Ja. Also ich war jetzt einmal in El Puerto, ich war einmal in Jerez und ich war jetzt einmal in Chiclana. Ja, immer nur mit Johannes. Ja? Ja, nur mit Hukain. Krass. Ja. Auf jeden Fall sind wir da erst mal angekommen, um was zu frühstücken. So Prunchen eher. Dachten wir uns zumindest. Dann haben wir doch full on zum Mittag gegessen, aber es war auch eine sehr schöne Location. Direkt am Strand. Direkt am Strand. Also ihr müsst euch vorstellen, es gab die Strand, also wirklich das Ufer auf der linken Seite der Straße, dann eine Fußgängerzone und auf der rechten Seite waren dann die Restaurants und dann haben wir da, ich glaube jeder hat Pizza, nee, Emre und René hatten Nudeln mit Schrimps und wir hatten beide eine Pizza. Genau. Zum Nachtisch hat noch jeder einen Crepe gegessen, der übrigens auch sehr lecker war. War sehr lecker, haben nur lange drauf gewartet. Ihr schon, wir nicht. Ja. Wir waren schlau, wir haben früher bestellt. Ich wollte gerade sagen, ihr habt direkt am Anfang mit bestellt. Ja, als ich meinen ersten Bissen von der Pizza gegessen habe, habe ich gesagt, so Brudi, bring mal ran den Crepes. War auch sehr schlau, weil... Ich habe die Spanier halt mit eingeplant. Ja. Ihr nicht. Nee, wir nicht. Fehler. Wir haben dann nochmal eine Viertelstunde gewartet, bis wir unsere Crepes hatten. Aber waren super gut. Also die Crepes gerade waren hervorragend. Die Crepes waren mega. Die Pizza war okay. Ja, Pizza konntest du auf jeden Fall essen, aber Crepes waren mega. Ja, die waren sehr geil. Und dann sind wir nämlich weiter nach Sevilla gefahren, weil wir eine Mission hatten. Genau. Und zwar mussten wir Köpfe in Sevilla abholen, die der Johannes bestellt hat. Und dann dachten wir uns ja, gut, wenn wir schon nach Sevilla fahren, dann gucken wir uns noch ein paar weitere Estancos an, gucken noch, was wir so an coolem Tabak finden und sind dann noch in die Boho-Lounge gefahren. Genau. Und das ist eine sehr, sehr coole Bar von den Jungs, die auch die Bengala-Köpfe in Spanien machen. In Deutschland sind die Köpfe auch bekannt, allerdings vertreibt die hier Holster als deren Köpfe. Und die Lounge war cool. Also optisch sehr, sehr geil. Man konnte draußen sitzen und drinnen sitzen. Man konnte Essen bestellen. Die hatten Darkcenter, die hatten Funnel-HMD. Ich fand diese Thematik in der Lounge, fand ich ganz cool. Ja, das war so ein bisschen Afrika-Thema. Ja, genau. Fand ich cool. Also auch so, es gab so Obergeschoss und Erdgeschoss und oben wirklich mit richtig geilen Couchs, die, normalerweise bist du ja in Deutschland gewohnt, so diese typischen Sitzecken, wo du dann nach einer Stunde sagst, okay, ich würde jetzt auch gerne gehen. So, mein Rücken ist am Arsch, Brudi. Ich mache mich dann wieder. Aber da hättest du dich hinsetzen können. Ich hätte, glaube ich, den ganzen Tag chillen können. Ja, definitiv. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir haben uns beide eine russische Pfeife. Alle haben sich eine russische Pfeife eigentlich geschnappt. Was hatten wir denn so? Chicago, Japona, du hattest. Ich hatte am ersten Tag eine Naib gehabt. Ja. Und du oder René hatten eine Voodoo gehabt. René, weil ich hatte am ersten Tag die Chicago und am zweiten Tag, wo wir da waren, die Mamai. Genau. Weil, kleiner Spoiler, am letzten Tag sind wir nochmal dahin. Ja. Genau, und dann haben wir da ein schönes Köpfchen geraucht, dann sind wir wieder heimgefahren und dann wieder daheim, dasselbe Spiel. Spiel, Dateien auf dem Laptop, schneiden, bisschen arbeiten, Bilder bearbeiten, Reels machen, blablabla, Posts vorbereiten und so weiter. Ja, und dann hat schon unser letzter Tag angefangen. Zumindest unser letzter richtiger Tag. Kompletter Tag. Ja, am nächsten Tag war dann die Heimreise. Und am letzten Tag hatte der Johannes was geplant. Und zwar hat der ein paar spanische Blogger zu uns in die Villa eingeladen. Und dann haben wir mit denen am Pool gesessen, Pfeife geraucht, gequatscht. Das war noch ein Friseur da, der uns noch am Pool mit Pfeife die Haare geschnitten hat. Das fand ich auch so krass. Der gute Frank. Hieß er Frank? Der hieß wirklich Frank. Ach, krank. Ja. Nee, nee, Frank. Hm? Weil du sagst krank. Flachwitze auch wieder abgehakt. Ja, muss drin sein. Sehr spät heute, muss man dazu sagen. Stimmt. Obwohl, es gab schon ein paar Pupo-Witze. Die zählen eigentlich mit ein paar wenige. Genau. Und dann haben wir da die Haare geschnitten bekommen. Wir haben gegrillt. Wir haben Pfeife geraucht. Ich war sogar im Pool drin. Stimmt. Du bist da auch mit Johannes in den Pool rein. Hab ein bisschen Ball gespielt. Boah, der war schweinekalt, der Pool. Also es war wirklich arschkalt. Mein Maximum war am Rand sitzen, Füße reinhalten. Das war so entspannt auch. Gut, du warst dir aber auch angeditscht. Da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Deswegen war für mich auch vernünftigerweise einfach so, Junges, ich gehe nicht mehr ins Gym, ich mache alles mit. Aber wenn ich ins Gym gehe und dann die nächsten Tage flach liege, würde ich mich beärgern. Das wäre einfach scheiße. Hast du richtig gemacht. Und was deine Ergebnisse im Gym danach angeht, war es ja vielleicht gar nicht so schlecht, eine Full-Deload-Week zu machen. Ey, das war so krass. Also das hätte ich in keinem Leben erwartet, was dann abging. Aber, kleiner Spoiler, das können wir dann in Real Life für die nächste Folge packen. Genau. Und dann haben wir da mit den Spaniern gechillt. Und irgendwann sind wir noch zu einer Opening-Party vom Fifi Beach. Uns wurde gesagt, ja, ja, das ist so eine Strandbar und dann kann man da sitzen am Tisch und dann kann man da Pfeife rauchen. Ne, Aussage war, wir haben einen Tisch reserviert, wo wir sitzen können und Pfeife rauchen können. Ja. Aber im Endeffekt war das ein bisschen anders. Also eventuell wurde die Beschreibung da etwas angepasst. Ja. Wir sind hingefahren und dann siehst du da schon, wie viel da los war. Also die ganzen Autos, was davor abging. Also es war, wir haben glaube ich auch beide... Als ob du in Deutschland auf ein Konzert gehst. Ja, wir haben beide erst mal 20 Minuten nach irgendeinem Parkplatz gesucht und dann nochmal eine Viertelstunde Laufweg gehabt, weil es wirklich so geisteskrank voll war. Dann laufen wir da so lange hin und hören schon die Musik und dachten so, oh Gott, ich bin ja eigentlich kein Fan von diesen Bars, wo halt laut Musik... Ich habe mir gedacht, solange wir eine Pfeife haben, solange wir uns da hinsetzen können, ganz entspannt. Also ich dachte wirklich, das wäre so eine Strandlounge, wo man sich halt hinsetzt und chillt. Ja. Dass das aber mehr so ein Beachclub war, wurde weder erwähnt, noch habe ich es mir gedacht. Ja. Und dann laufen wir da rein und Alex und ich waren ja lange Zeit sehr vorsichtig mit Corona und auch jetzt sind wir noch etwas vorsichtig, auch wenn man sich langsam wieder mehr an den normalen Alter grantastet. Aber so Events wie da hätten wir, glaube ich, freiwillig in Deutschland nicht besucht. Nee, auf keinen Fall. Der einzige Unterschied oder die einzige Ausnahme wird jetzt wahrscheinlich die Messe, wo ich Corona-technisch auch ein bisschen besorgt bin, aber das kann man sich nach zwei, drei Jahren Abstinenz von Messe nicht entgehen lassen, meiner Meinung nach. Ich habe auch gesagt, das Risiko gehe ich da auf jeden Fall auch bewusst ein, weil es ist auch da wieder natürlich Arbeit. Ja. Und nach drei Jahren Messe in der Shisha-Szene... Kann man sich nicht entgehen lassen, Punkt. Fertig. Punkt. So, auf jeden Fall laufen wir da rein und es war wirklich eine Menschenmasse vor uns. Keiner mit Maske, also vielleicht zwei Leute von 3000 Leuten, die da waren. Ja, die zwei Leute von 3000, das war das Sicherheitspersonal, die Maske auf hatten. Ja, so ungefähr. Also wirklich eine Menschenmasse vor uns. Wirklich so wie in einem vollen Club in der großen Stadt. Also du musstest dich wirklich durch die Masse durcharbeiten. Dann haben wir da relativ lange auf unseren Tisch gewartet. Alex und ich haben eine Cola getrunken, weil wir beide nicht so Bock auf Alkohol hatten. Oder du hast auch eine Cola getrunken? Nee, ich habe sogar was getrunken. Ah ja. Die kleine Sufnase hier. Schlimm, ne? Schlimm. Ich dachte mir, so kostenlos was trinken, nehme ich mir halt auch einen Trick. Okay. Na gut. Also ich wusste auf jeden Fall, dass ich heimfahren will, weil ich keinem von den anderen des Steuern vertrauen wollte. Ich bin ja so ein kleiner Kontrollfreak. Da kommt wieder genau das Thema vom Anfang durch. Wenn ich fahre, weiß ich, ich trinke wirklich nichts. Ja. Und ich fahre wirklich anständig. So. Und deswegen habe ich gesagt, Jungs, kein Problem. Ich trinke nichts. Ich fahre. Dann hatte ich erstens eine Ausrede, warum ich nichts trinke, weil ich trinke fast kein Alkohol. Mhm. Und dann hatte ich eine Ausrede, warum ich nichts trinke, ohne dass mich jemand überreden konnte, weil ich musste ja leider noch fahren. Ja. Und ich konnte halt selbst fahren und wusste alles safe. So. Weil in Spanien, also nicht, dass ich das auf das Team Hokkaien beziehen will, aber es waren ja auch einige Spanier dabei. Weil in Spanien wird dieses Don't Drink and Drive nicht so ernst genommen wie in Deutschland. Also, was man da schon so für Storys gehört hat. Nee, nee, Brudi, ich fahre lieber selber. Ich fahre alleine. Ist schon in Ordnung, ne? Ja, auf jeden Fall, die Musik war eigentlich ganz cool, die Location war auch cool, aber wir beide waren, glaube ich, einfach von der Menschenmasse einfach überfordert, nachdem man zwei, drei Jahre jetzt fast keine Menschenmassen hatte. Ja, vor allem, das war halt eine andere Erwartungshaltung. Also, wir sind halt beide da reingegangen, haben gedacht, so, wir chillen jetzt da, rauchen eine Pfeife am Strand. Bisschen reichte Musik im Hintergrund, schöne Aussicht, coole Drinks. Und uns wurde ja auch gesagt, dass es gute Pfeifen da gibt. Ja, war, ja. Also, die Pfeifen waren da. Ich muss sagen, ich habe nicht einen Zug von der Shisha da genommen, weil die hatten da ungefähr 10, 15 Pfeifen rumstehen. Und ich hatte ehrlich gesagt kein Vertrauen in diese Leute, dass sie die gescheit sauber machen zwischendrin. Und da dachte ich mir, nee, also ich muss jetzt keine Pfeife kriegen, die heute schon von 30 anderen Leuten durchgenuckelt wurde. Ja, ich habe gesehen, wie er die eine Pfeife sauber gemacht hat und die habe ich mich dann auch direkt drangestellt, habe ein paar zugenommen und dachte so, nee. Ja, aber in Spanien ist ja auch so, die scheren halt sehr, sehr viel die Pfeifen. Ja, also sobald dann ein anderer den Schlauch in der Hand hatte, habe ich dann auch keinen Zug mehr am Abend von der Pfeife genommen, weil ich dachte so, muss einfach nicht sein. Im Endeffekt ist ja alles gut gegangen. Keiner hatte nach der Reise Corona so, vielleicht auch wieder da, zu viel Stress um nichts gemacht, aber lieber Vorsicht als Nachsicht. Genau. Auch eins der Deutsch-Most-Alman-Mottos ever. Aber so sind wir eben, embrace it. So ist das. Ja. Gut, aber wir haben dann das Beste draus gemacht, wir hatten dann irgendwann unseren Tisch, haben da gemütlich gesessen, die Jungs haben noch eine Flasche Rum und Cola bestellt, ich habe mich dann halt an die Cola gehalten, die anderen halt mehr an den Rum und irgendwann haben wir aber organisiert, dass wir uns aufteilen, weil die anderen dann sogar noch feiern gehen wollten und waren im Endeffekt erst um sechs Uhr morgens zu Hause und das ist jetzt eher, der Alex und ich, wir sind deutsche, langweilige Allmann-Kartoffeln. Wir sitzen lieber zu Hause, rauchen den entspannten Kopf, arbeiten noch ein klein bisschen, als bis sechs Uhr morgens durch die spanischen Clubs zu fallen. Ich bin ja mittlerweile alt genug, um zu sagen, so bin ich halt, so mag ich das, deal with it. Ja, ist bei mir genau das Gleiche, ich gehe lieber mit den Jungs mal in eine Schicherbar oder von mir aus auch in eine normale Bar, wenn ich mal was trinken will, aber ich muss Ja, so eine Altsakstour oder so, da würde ich mich dann auch mal wieder zu überreden lassen, dann kann man auch mal wieder was trinken, aber ich bin wirklich kein Club-Mensch. Ich finde, also ich finde Clubs einfach unsinnig. Ich auch, also was ist denn der Sinn von einem Club? Ich tanze nicht gerne und wenn du nicht gerne tanzt, dann ist ein Club nur eine teurere, lautere, ungemütlichere Bar. Ja. Why would I go there? Ja. So, no, no. Naja, egal, also no front, wenn euch sowas gefällt, dann macht das natürlich, aber für uns ist es eben nichts und deswegen haben wir dann gesagt, gut, dann teilen wir uns da auf und dann sind wir, glaube ich, um ein Uhr nachts zu Hause gewesen. Ja, irgendwie sowas. Ein Uhr, halb zwei, irgendwie sowas. Wir haben uns dann noch einen Kopf angemacht, wieder auf die Couch gesetzt, wieder gearbeitet, wieder geschnitten, bla 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 bla. Und dann war schon die letzte Nacht da. Und da muss ich sagen, hatte ich ja wirklich ein bisschen Schiss gehabt, dass die Jungs jetzt noch feiern gehen und wir am nächsten Tag auschecken müssen. Da war ich wirklich ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, ich hoffe, A, die kommen alle zu Hause an und B, die stehen alle halbwegs zeitgemäß auf, weil Checkout war um 12 Uhr. Ja, Checkout. Das heißt, um 12 Uhr musste die Bude clean und ready sein, um die zu übergeben. Und nachdem die Spanier am Tag davor da waren, sah das alles andere als sauber aus. Oh ja. Ja. Naja, auf jeden Fall hat das alles geklappt. Wir haben dann ein bisschen geschlafen, am nächsten Tag alles aufgeräumt, alles ready gemacht, alles gepackt und sind dann gegen 12 ins Auto gesprungen. Johannes und der Merz sind noch da geblieben. Die hatten noch ein paar Sachen zu erledigen, sind dann also weitergezogen, haben sich eine andere Wohnung gesucht und wir sind dann eben, also Emre, René, Alex und ich, wir sind ins Auto gesprungen, sind dann noch durch El Puerto gefahren. Da waren wir noch sehr geil frühstücken im TK3. Oh, das war richtig gut. Unglaublich schöne Frühstücksbar. Super Musik, super Essen, super nettes Personal. Hörst du die Playlist eigentlich? Ich hör die jeden Morgen. Ich hab die heute Morgen original gehört. Ja? Ich hab heute Morgen noch die Köpfe sauber gemacht, hab noch die Küche aufgeräumt und so. Die ganze Zeit Bossa Nova, beste Musikrichtung, um morgens einen entspannten Kaffee sich rein zu ballern und einfach gemütlich in den Tag zu starten. Absolut perfekt. Bossa Nova, Freunde. Ich sag's euch, wenn ihr euren Morgen richtig beginnen wollt, Bossa Nova ist der Shit. Und TK3 auch, weil Frühstück war geil, alles war geil, alles. Also hätte ich das vorher gewusst, ich wäre da jeden Morgen hingefahren von mir aus. Ja. War wirklich geil. Es war wirklich super, schöne Atmosphäre, super lecker. Ja. Und dann, nachdem wir gut gesättigt waren, ging es dann nochmal Richtung Sevilla, weil wir sind wieder von Sevilla nach Hause geflogen. Waren aber noch sehr früh dran, weil wir mussten ja Checkout um 12 Uhr und ich glaube, der Flieger ist theoretisch um 18 Uhr oder 19 Uhr gegangen. Sogar später, oder? Oder 21 Uhr. Ich guck mal kurz in mein Wallet, vielleicht seh ich's dann nochmal. Aber es war auf jeden Fall spät und deswegen hatten wir davor noch was anderes vor. Genau. Sind dann nach Sevilla gefahren und dachten uns, ja gut, die Boho-Lounge war ja eigentlich ganz gut, dann chillen wir uns da einfach nochmal hin. Wir waren da, die Lounge macht glaube ich um 15 oder 16 Uhr auf, waren irgendwie 10 Minuten vor Eröffnung da gewesen, haben uns dann direkt da hingesetzt und erstmal alle eine Pfeife geraucht. Und durften uns, haben uns kurz mit denen verständigt, durften sogar selber bauen. Das heißt, wir konnten diesmal auch schön auf Kontakt bauen. Und ja, haben uns dann noch entspannt gemacht, haben ein bisschen geraucht und dachten uns dann irgendwann so, ja gut, gehen wir einfach ein bisschen früher zum Flughafen, dann sind wir ganz safe. Genau. Also eigentlich sollte das Gate geschlossen werden um 20.20 Uhr und Flyout eine halbe Stunde später, also um 20.50 Uhr. So, normal kann man ja am Flughafen immer Dinge machen. Also man kann da irgendwie in verschiedene Shops reingehen. Es gibt meistens noch irgendwo eine Raucherlounge, wo man dann wenigstens nochmal ein bisschen vapen kann oder so zwischendrin, um ein bisschen Nikotin zu tanken, weil wir ja doch alle schon ganz schöne Suchtis sind. In Sevilla leider nicht. Ja. Und dann waren wir halt drinnen, nachdem der René nochmal auf alles getestet wurde. Ja, René und ich wurden rausgezogen. Also Drohnen, Bomben, alles. Nee, bei mir nicht. Aber der René wurde ja, du wurdest so leicht kontrolliert. Leicht, ja. Aber beim René ja alles. Abstriche machen. Was ist das? Hier hat noch was ausgeschlagen. Holen Sie das doch nochmal bitte raus. Und wie sieht es denn hiermit aus? Und der wurde wirklich komplett auseinandergenommen. René musste einfach beides aufmachen. Alles. Nee, war es einfach nur Rucksack kurz öffnen, reingucken, Abstrich und fertig. Ja. Und René saß dann noch zehn Minuten, alles auspacken, alles wieder einpacken. Dann haben die den Onmo beim René im Gepäck gefunden und dann musste er erstmal erklären auf Spanisch, was das denn ist, dieses Onmo-Gerät. Naja, hat dann alles geklappt. Dann waren wir im Flieger und dann laufen wir, äh im Flieger, dann waren wir im Terminal und dann stand da, ja, unser Flug hat auch noch Verspätung. Das heißt, wir waren viel zu früh da für unseren eigentlichen Flug, plus der eigentliche Flug wurde dann nochmal nach hinten geschoben, was bedeutet, wir hatten noch viel mehr Zeit. Ja, dann haben wir eine kleine Tour durch den ganzen Flughafen gedreht. Genau, wir wollten uns mal angucken, ob es denn irgendwas Interessantes gibt. Gab es nicht. Nee. Dann haben wir noch was gegessen, das teuerste Baguette, das ich in meinem Leben jemals gegessen habe, wirklich einfach nur so, so wie so ein Subway-Baguette, aber ein normales Baguette mit Schinken und Käse drauf, zehn Euro. Ja. Geisteskrank. Aber gut, es ist halt Flughafen, frisst oder stirbt, ne? Alles von beiden. Ist wirklich so, ja. Ich habe dann auch gesagt, ich will einfach was essen, dann bezahle ich halt so viel, ist mir egal. Wollte noch eine Flasche Wasser haben, gerade für den Flug und ich habe, glaube ich, auch am Ende 18 Euro dagelassen, 19 Euro. Ja, ich habe mir zwei Baguettes und Wasser geholt, ich war, glaube ich, bei 23, 24 Euro. Irgendwie sowas. Also für zwei Baguettes und ein Wasser absolut lächerlich. Auf der anderen Seite, das gab es halt, das konnten wir halt nehmen. Die Alternative wäre Burger King gewesen, das wäre auch nicht geil. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann die Zeit vertrieben und ich habe noch weiter geschnitten und weiter gearbeitet, du warst auch ein bisschen am Laptop und irgendwann konnten wir dann auch boarden. Dann sind wir weiter nach Köln geflogen und von Köln sind wir dann wieder mit dem Blaze-Bus heimgefahren. Ich bin zwischendrin sogar eingepänt. Was wolltest du noch was? Am Flug hatte ich, sage Glück gehabt, weil bei mir der rechte Platz frei war. Das heißt, ich hatte... Linke? Meine ich ja. Kleine rechts-linken Schwäche, oder was? Schlimm. Ja, ja. Du guckst drauf an, in welche Richtung du guckst. Da. Wir hatten beide einen Mittelplatz und bei mir war zum Glück die linke Person nicht am Start. Das heißt, ich hatte dann doch einen Gangplatz gehabt. Du hattest leider... Extrem fucking viel Pech. Ja. Ich hatte den hibbeligsten, nervigsten Opa rechts neben mir sitzen. Ja, vor allem das Schlimme kam ja erst an Köln, als René gesagt hat, er hätte ganz in der ersten Reihe noch einen Test frei gehabt. René, wenn du das hörst, du Penner, Alter. René saß in der ersten Reihe mit Beinfreiheit des Übergrauens und sagt danach so, ja nee, mir hat gar keiner gesessen. Ja, warum sagst du denn nix, Alter? Ey. Da war ich wirklich so, du hättest mir so viel Leid ersparen können, wenn du einfach was gesagt hättest. Ja, von einem Typ neben dir, der hat den Vlog hat schon... Der hat als erster den Vlog geguckt. Der hat den von mir gesehen, Digga. Das ist wirklich wild. Der hat mir die ganze Zeit beim Arbeiten zuguckt, aber war mir auch ehrlich gesagt, scheiße, egal. Aber was mich genervt hat, war, der war so hibbelig. Der hat wirklich keine fucking Sekunde stillgehalten. Der hat mich so genervt. Ich hab ja gepennt auf dem Flug, zum Glück. Und jedes Mal, wenn ich kurz aufgewacht bin, gucke ich drüber und der irgendwas am machen. Digga, der hat sich zwischendrin schon wieder seine erste Zigarette gedreht. Also, der hat dann nach zehn Minuten Flug hat er seine Zigarette rausgeholt, hat dann die schon mal gedreht und vorbereitet und so und so. Digga, ich hab auch Bock, aber ist halt nicht so. Wir fliegen gerade, chill halt wenigstens. Naja, egal, vielleicht hatte der auch Flugangst oder sonst was. Weiß ja nicht, was in den Köpfen von den Leuten abgeht. Es hat auf jeden Fall extrem genervt, weil der mich halt auch andauernd so berührt hat bei seinen hebeligen Rumdatschen. Wieder der Ellbogen da und wieder hier und so. Schlimm, schlimm. Also, das war wirklich nervig. Aber ich hab dann einfach versucht, in den Tunnel zu kommen und hab wirklich den ganzen Flug zweieinhalb Stunden durchgeschnitten. Und da auch nochmal dicker Shoutout an Apple. M1 Max, MacBook, geisteskrankes Gerät. Ich hab am Flughafen die ganze Zeit geschnitten. Da war ich noch am Strom. Dann war ich bei 100 Prozent. Hab zweieinhalb Stunden Flug durchgeschnitten. Und hab mit 4K, also ihr müsst euch mal überlegen. Ich hab das ganze Zeug auf den Laptop gespielt. Hatte 4K, 60 FPS, S-Log-Footage stand drauf. Hab das alles geschnitten mit Übergängen, mit Color-Grading und, 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 und. Und ich hab in zweieinhalb Stunden 25 Prozent Akku verloren. Geisteskrank. Das heißt, du könntest theoretisch, wenn es genauso weitergeht, kannst du zehn Stunden auf Akku mit dem Ding durchschneiden. Das ist absolut undenkbar gewesen mit jedem Laptop davor. Da wäre nach zweien, also mit einem Windows-Laptop hättest du wahrscheinlich nicht mal die zweieinhalb Stunden durchschneiden können, bei dem Anspruch, den ich hab an ein Gerät. Und selbst mit alten MacBooks kommst du höchstens halb so weit wie mit dem neuen M1. Ja, also ich wäre niemals so weit gekommen mit meinem. Du hast ja auch noch den Intel. Genau. Ja. Also das ist wirklich krank. Also da wieder, die Anschaffung hat sich absolut gelohnt. Absolut gelohnt. War mega. Ja, und dann waren wir wieder im kalten und tristen Deutschland. Genau. Da ging es noch heim. Hat uns der Kenan netterweise, hat uns abgeholt. Auch da, Shoutout an Kenan, Ehrenmann, Hookertainment, ganz lieber Kerl. Ja. Der hat uns in Köln abgeholt und hat uns noch heimgefahren. Hat mich bei mir rausgeschmissen, dich bei dir rausgeschmissen. Ich war zwischendrin wirklich am Ende. Du warst komplett am Arsch. Ja, also im Auto war er dann wirklich Shutdown. Ja. Da bin ich dann irgendwann weggeratzt. Ja, ich habe ja halt auf dem Flug gepennt, deswegen. Ja, dann hattest du da die Energie. Genau. Und ich habe, ne? Ja. Ja, und dann war ich, glaube ich, um 5 Uhr oder so im Bett. Ja, genau. Ich bin dann zu Hause angekommen. Ich habe ja sogar vor dem Flug noch gedacht, so vielleicht habe ich um 1, 2 Uhr noch Zeit für ein Gute-Nacht-Köpfchen. Ja. Dann stehe ich um 4 Uhr zu Hause und denke so, ja, nee, ich gehe ins Bett. Ja, aber Fazit, es war eine supergeile Reise. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich liebe Südspanien. Wirklich ganz, ganz großen Platz in meinem Herz erobert. Die Leute sind super nett. Das Lebensgefühl ist dann ganz anderes. Das Wetter ist supergeil. Die Location, an der wir waren, war cool. Mit den Leuten, die dabei waren, war es mega. Also war wirklich einfach eine super Reise, die mega viel Spaß gemacht hat. Viele neue Einsichten. Und ganz ehrlich, wenn die Einkommenssteuer in Spanien nicht so hoch wäre, könnte ich mir sogar vorstellen, da irgendwann hin auszuwandern. Da muss ich ja sagen, hatte ich so ein bisschen Respekt vor, weil du fliegst mit ein paar Leuten, die du gerade nicht so gut kennst. Ich meine, bei dir ist das ja mittlerweile, kennen es gut genug. Aber so gerade so Johannes, Emre, René, kenne ich das noch nicht so gut. Und mit denen eine Woche lang auf engstem Raum zusammen chillen. Aber es bringt immer so ein leichtes Risiko mit, dass man nicht so gut klarkommt. Ich verstehe, was du meinst. Das kann jeder nachvollziehen. Aber super entspannt. Es gab, ich glaube, kein einziges Mal irgendwie einen Konflikt oder sowas. Die einzigen Konflikte, die wir haben, waren, wenn immer drei Leute auf einmal losfloggen wollten. Das war ich halt wirklich einfach nicht gewohnt. Normal bin ich der einzige YouTube-Spasti. Und dann René und Alex auch noch die anderen vloggen. Und dann ist immer so, jetzt macht der seinen Vlog, jetzt kann ich. Nee, der Nächste nimmt ja schon wieder auf, jetzt kann ich. Und dann filmt man da beide gleichzeitig. Also das hat mich teilweise in die Weißglut gebracht. Wir standen ja auch am ersten Tag noch in Sevilla rum, haben im Kreis zu dritt geflockt. Da fand ich es noch witzig. Da fand ich es noch witzig. Das hat sich aber schnell gelegt. Ja. Das war dann irgendwann natürlich, das hätte einfach dann mehr Organisationsaufwand. Aber hat sich dann irgendwann auch eingespielt. Dann sind wir immer so ein bisschen weiter auseinander gelaufen. Und dann ging das immer. Bin ich schon vorgelaufen. Aber am Anfang, ich will so anfangen zu filmen. Dann hörst du hinter dir nur, so. Und du denkst, oh Gott, Digga. Aber hat sich ja dann auch eingependelt und dann war es wieder okay. Also Reise war geil. Also wollen wir nächste Woche wieder? Ja, gerne. Okay. Ah nee, ist zu kurz vor Messe. Ah, stimmt. Nach der Messe. Ja. Ja, aber das war auf jeden Fall unsere Folge 28 hier rund um die Spanien-Themen. Und da hoffen wir, dass euch auch diese kleine Special-Folge zum Spanien-Thema gut gefallen hat. Beim nächsten Mal haben wir wieder normale Shisha-News, wieder mehr Real-Life-Themen am Start. Aber auch wieder ein Special und zwar Messe. Wir gucken uns an, wer alles auf der Messe sein wird, wie die letzten Messen für uns waren, was wir uns von der nächsten Messe erhoffen in ein paar Wochen und so weiter. Also da bin ich auch sehr, sehr gehypt auf die Folge. Mega Bock drauf. Aber ich hoffe, ihr wart gehypt für diese Folge. Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat. Wie immer, lasst uns sehr, sehr gerne Feedback auf Instagram da. Directly Shisha Germany und Marvin Dutine. Könnt ihr auch gerne mal in die Shownotes gucken, da ist natürlich alles verlinkt. Und Spanien-Video könnt ihr euch auch gerne nochmal in audiovisueller Form angucken auf Shisha-WG auf YouTube. Ja, und dann bis zur 29. Folge. Bis nächstes Mal. Macht es gut. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi.